Gucken wir mal, wo es weitergeht. Nee, hab ich noch nicht gespielt. Ich hab alle anderen Far Crys gespielt, Miss Unisono. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich das spiele. Das lag auf dem Stapel der Schande. Da haben wir runtergeholt, weil gerade so ein bisschen Sommerloch ist und da hat es ganz gut gepasst. Ähm, und die Assassin's Creed Odyssey, die jetzt die noch nicht alle draußen waren, hab ich gedacht, ach, dann spielen wir einfach mal das, was ich noch nicht gespielt habe. Und das ist Far Cry Primal. Äh, Setup findest du bei Ausrufezeichen FAQ. Ähm, Setup haben wir nicht, sondern FAQ. Also Ausrufezeichen FAQ, da findest du dann auch das Setup drin. Wie, äh, noch andere beantwortete Fragen zum Beispiel. Wobei das Headset, glaub ich, noch nicht drin steht. Das hab ich noch nicht eingetragen. Oder hab ich's eingetragen? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Kann sein, dass das noch fehlt. Weil das jetzt noch relativ neu war. Bin ich nicht sicher. So. Ja, genau, Jani. Tatsächlich, genau das würde ich auch sagen. Äh, ja, es kostet, geb ich dir recht. Aber es funktioniert halt tatsächlich auch. Und wie, halt, ich war vorher auch bei mehreren Anbietern. Ja, Telekom. Da bleib ich jetzt erstmal. Genau, das Headset wollte ich wissen, wie das heißt. Das ist das Bayer Dynamic DT 797. Ich weiß nicht, ob es wieder schon drin steht. Kann sein, dass ich das vergessen habe. Weil das hab ich jetzt, äh, erst vor ein, zwei Wochen halt zugeschickt bekommen. Davor hatte ich ja eben andere Headsets im Test. Gut, äh, was machen wir? Gucken wir mal ganz kurz. Wir können noch handwerken. Das wollte ich erstmal nicht aufwerten, weil ich die Materialien noch brauchte, ne? Die Südsteine und die Tierhäute. Dementsprechend wollte ich die nämlich hier aufwerten für die, ähm, Speere und Gedöns. Da warten wir. Fähigkeiten habe ich einen. Da wollte ich erstmal hier unten die Materialien skillen. Da brauche ich nochmal einen weiteren. Ergo, sind wir good to go und können weiter die Karte erkunden. Also soweit sind wir im Moment gekommen. Das heißt, hier unten geht es natürlich noch weiter. Und hier wahrscheinlich auch. Und wir wollten hier zu diesen Hauptmissionen halt erstmal, um die Moped-Männer ja freizuschalten. Eventuell können wir den Wegpunkt hier nochmal machen. Äh, erobere diesen Außenposten. Ja, das können wir mal eben machen. Der liegt ja quasi hier auf dem Weg. Ergo, gehen wir nach da und gehen von da. Let's go. Äh, aber wenn, dann sollte der mindestens WQHD sein. Und dafür fehlt mir das Kleingeld im Moment. Naja, die Frage ist, welche, äh, Herzrate soll der haben, Pelator? Also welche FPS, wenn du sagst, du willst einfach nur 60 FPS WQHD. Das gibt es mittlerweile relativ günstig, muss ich sagen. Äh, teuer wird es, wenn du halt noch höhere Refresh-Raten haben willst. Also Richtung 144 Hertz oder so. Aber tatsächlich einfach nur 2K oder 4K. Die kriegst du mittlerweile relativ günstig. Ohne HDR natürlich. Mit HDR wird das Ganze wieder teurer. Wobei ich halt sagen würde, ich möchte auf HDR nicht mehr verzichten. Also tatsächlich 4K, HDR. Gerade jetzt, äh, wenn ich die neuen spiele, die auch alle unterstützen. Das ist schon richtig nice. Also, das ist schon was Feines. Haben die Dinger hier ne Bedeutung, Chat? Weil ich mach die jedes Mal kaputt. Weil ich die auch schon in Days Gone kaputt gemacht habe. Ich weiß aber immer noch nicht, ob die ne Bedeutung haben. Ich mach sie halt einfach erstmal kaputt. Fragen kommen später. 60 FPS. Ja, da gibt es aber dann eigentlich... Gut, die... Woran bin ich jetzt gestorben? Okay, ich hab's noch nicht mal gesehen, woran ich gestorben bin. Ähm, wobei WQHD mit 60 FPS... Gut, die Frage ist natürlich, was für dich halt das nötige Kleingeld ist. Also ich sag mal so, im Bereich zwischen 2 bis 300 Euro kriegst du da schon gute Monitore. Ich weiß jetzt nicht, ob dir das schon zu viel ist. Wenn ja, okay. Ähm, aber wie gesagt, das ist so das, was ich halt auch immer so für Monitore ausgegeben habe. Und, äh, ja, wie gesagt, dafür... Und für den Preis kriegst du halt wahrscheinlich schon was Vernünftiges im Bereich WQHD. Wenn nicht sogar schon Richtung 4K dann mittlerweile. Und da sei gegrüßt... Achso, den Pedder hatte ich. Ich dachte gerade Kosmos. Ich weiß nicht... Ach, hier war ein Loch. Ich bin hier irgendwie runtergefallen. Und ich weiß nicht, wieso. Keine Ahnung. Sehr merkwürdig. Ich wollte eigentlich hier zu dem Greifhaken und mich hier abseilen. Ja, die kosten nicht die Welt. Aber ich habe mir vor zwei Tagen erst eine neue Grafikkarte gekauft. Muss sparen wegen Hochzeit. Was hast du dir denn für eine gegönnt, Bellator? Okay, ich war ein bisschen tief, glaube ich. Und Ossi sei auch gegrüßt. Guten Abend. So, wir sind unten. Alter Schwede. War ja eine schwierige Geburt. Oh, hör mal auf damit. Direkt mal hier wieder die Moped-Männer am Start. Äh, mein Hund, der kommt irgendwo. Ja, der hängt noch oben fest. Warte mal. Äh, wie kann ich den auch mal rufen? Halte, bestie, zurückrufen. Bestie, äh, halten. Bestie, entsenden. Halten, zurückrufen. Ja, komm mal zu mir. Ah, da ist er. Da ist ja mein Freund, der Wolf. Erst mal streicheln. Ne, RTX 2060. Für 2,90 Euro geschossen. Da konnte ich nicht anders. Jo, ich glaube, das ist ein guter Preis. Da kannst du nicht viel, glaube ich, gegen sagen. Wobei mich die neue RTX-Serie halt auch interessiert. Weil sie da ja das, äh, N-Bank-Encoding halt verbessert haben sollen. Das würde ich gerne mal testen. Weil natürlich für den Stream nehme ich halt über H.264 halt auf. Beziehungsweise lasse ich über H.264 halt die CPU codieren. Ähm, die lokale Aufnahme läuft halt über N-Bank. Und da würde mich mal interessieren, also die, was ich dann nach YouTube hochlade. Ähm, wie es dann halt mit der RTX-Serie aussieht. Weil da soll es ja nochmal ein bisschen schicker sein. Haben sie ja angeblich optimiert, den N-Bank-Encoder. Äh, bis um 3. Immer so circa bis um 3, Ole. Äh, wie jetzt sage ich Ole, Entschuldigung. Äh, weil wir hatten mal einen Ole-Ossi. Ähm, Ossi. Bis um 3. Ich will das Vapidia haben. Einfach, weil ich kann. Oder nicht kann. Ich treffe es nicht. Oh, da war ein Mammut. Was ist denn mit dem Vieh? Mann! Dummes Vieh. Haben mir gerade eine 2080 TI zugelegt. Herrlich. New Walk, geht's net, Mann. Geht's net. So ein bisschen neidisch, aber im Endeffekt, ich brauch's halt nicht. Haben, natürlich. Würde ich's gerne haben wollen. Aber da ich's halt wirklich kaum nutze. Weil, äh, wenn's halt Spiele gibt, die halt Multiplattform sind, spiel ich sie meistens auf der Konsole. Ich spiel halt nur Exclusive Games auf dem PC. Ähm, beziehungsweise auf der Switch halt. Und, äh, das lohnt sich halt nicht, weil so viele Games sind's nicht. Und die meisten Exclusives, die ich auf dem PC spiele, sind dann quasi Early Access Indie Games. Und dafür brauch's halt tatsächlich meistens die 2080 TI halt nicht. Ja, für die, äh, N-Wack Encoding Klamotte würde ich's mir gerne halt angucken. Also, das wär halt schon interessant. Und, Haft, oder heißt es Huft? Danke für dein Follow, genauso wie Antique DC Bommel, ihr zwei. Dankeschön, seid willkommen. So, und hier sollen wir jetzt, glaub ich, das Lager irgendwo gleich einnehmen. Ja, direkt schon mal alles gepullt. Alles gepullt. Ah, da ist noch einer drin. Minimum mal einer. Ich bin Robin Hood, Meister mit Pfeil und Bogen. Ähm, da kommt noch Mompalt mehr an. Ich bin den Krieg in Alleingang. Einfach alle weggekauft, Schuss. Easy going. Fünf von zehn, 15, Entschuldigung. Und von der Filz, sei grüß, mein Lieber. So, dann können wir erstmal hier unsere Pfeile wieder mal ganz kurz einsammeln. Und für die restlichen daneben entsprechend neue craften. Ich hab die 2080, ich habe ein Division-Video hochgeladen. Willst du mal sehen? Ja, aber wobei beim Hochladen kommt ja dann auch wieder die Komprimierung von YouTube halt dazu. Ähm, die halt absolut... Also, das ist zum Beispiel auch, was YouTube dringend ändern muss, die Kompression. Das heißt, du musst ja mittlerweile irgendwie künstlich upscalen, damit die Bitrate irgendwie funktioniert. Das ist halt... Ja, YouTube ist halt... Äh, oh Gott, ey. Dieses YouTube. Ah, wie kommt es, dass deine Audio-Quali so gut ist? Ist doch nicht übers Headset, oder? Ja, na klar. Natürlich ist das das Headset. Also, wenn ich jetzt das Mikro hier wegdrehe, wirst du auch hören, dass es plötzlich weg ist. So, dementsprechend kannst du mir glauben, dass das schon, äh, über das Headset ist. Ja, klar. Also, wie gesagt, da hängt halt eben noch ein bisschen Technik dahinter. Ein DBX 286S mit Noise-Gate-Kompressor und Vocal-Enhancement und ein Mischpult mit leichtem EQing. Ähm, aber ja, das ist halt tatsächlich das Headset. Ist halt eben tatsächlich ein XLR-Headset mit Kondensatormikro. Kostenpunktlich bei dem Ding, glaube ich, so bei Roundabout 350 für das Headset. Und wie gesagt, ich hatte in der Vergangenheit eben auch welche von Audio-Technica getestet. Die lagen auch im Bereich zwischen 200 bis 400 Euro. Und wie gesagt, ich muss sagen, das gefällt mir halt am besten, weil ich halt vorher auch schon, äh, Bayer... Bayer Dynamic Kopfhörer hatte und einfach die Kopfhörer von Bayer Dynamic sehr, sehr mag vom Klang. Und dazu kommt dann jetzt eben noch die Mikro-Qualität. Wie gesagt, die ist auch sehr nice. Wie gesagt, ich muss den Test noch fertig machen. Das heißt, seitdem teste ich auch noch, dann gibt es ein YouTube-Video zum Test. Die anderen gibt es schon auf YouTube vom Test, ähm, oder zum Test. Also wie gesagt, da könnt ihr einfach mal dann auch die Test-Videos gerne gucken, wenn ihr mögt. Und ich sage an, an Fancy Felix, willkommen im Moped Club. Ich sage dickes Dankeschön, dass ich dein Streamer des Monats sein darf mit Prime. Ich hoffe, du hast hier viel Spaß mit den Emotes, mit der Headset-Qualität, mit mir und der Community und allem anderen. Dankeschön fürs Einschalten und den Support und den Sub natürlich. Sei gegrüßt. Danke dir. Link, wenn dann, wenn ich es sehen soll, im Discord, einfach mich dann im Discord einfach mal anwispern. Weil im Stream werde ich es jetzt nicht aufmachen. Im Stream habe ich auch keine Whisper aktiv auf Twitch. Von daher, wenn es geht, dann über Discord. Ja gut, das haben wir eingenommen. Von daher sind wir erstmal fertig und können dann weiter nach oben gehen. Die Frage ist, ob wir da jetzt in die Kälte wollen. Ähm, ja, würde ich sagen, oder? Jage Raubtiere, die die Venya bedrohen. Viele XP und Tier heute. Ja, können wir das nochmal eben mitmachen. Gehen wir mal da hin. Äh, und Tempok sagt, ein Headset muss ja kein Miss-Mikro haben. Nur wenn es gabellos sein soll, wird es schwierig, weil die Hersteller allzu geizig für den zweiten Bluetooth-Kanal sind. Naja, es fängt schon damit an, also wenn es wirklich ein Klinken-Mikro ist, dann ist es natürlich immer sehr abhängig auch vom Mikrofoneingang der Soundkarte, wo du es reinsteckst, ja. Also ich nehme mal an, wenn du jetzt halt ein Gaming-Headset nimmst, da sind ja meistens auch Dinger dran. Aber halt eben entweder USB oder 3,5 Klinke. Das heißt, da könnte ich halt die ganze Hardware, die ich halt nutze, nicht benutzen. Ergo, ähm, ist für mich halt wichtig, dass es halt ein XLR-Mikro ist. Weil dann kann ich es halt an den DBX anschließen und auch ans Mischpold, was halt einfach nur mit einem Klinken-Mikro halt nicht funktioniert. Ich habe hier oben auch, äh, halt natürlich auch noch ein anderes Mikro, wenn ich halt mal nicht mit Headset streamen will. Äh, da ist hier noch ein weiteres Ding hier auf so einem Ständer-Moped. Ähm, aber wie gesagt, ich mag halt gerade im Stream, dass ich mich halt bewegen kann mit dem Headset und es immer die gleiche Tonqualität bleibt. Während du halt in so ein festes Mikro sehr zentral reinsprechen musst und dementsprechend dich nicht wirklich bewegen kannst, weil du dann nur so am Mikro halt hin und her gucken musst. Das ist halt, ähm, für, sag ich mal, Voice-Over oder Videos, wo du halt still sitzt, ganz nice. Aber im Stream mag ich halt das Headset halt unglaublich gerne, muss ich sagen, weil du halt eben deutlich freier bist. Und AMP, Jer, oder Ger, sei gegrüßt. Danke für dein Follower natürlich. Aber nochmal dazu gesagt, ich habe tatsächlich auch ganz, ganz klein angefangen. Wie halt, ich mache das Ganze jetzt hier schon seit fünf Jahren, also das Streaming, das YouTuben und das, äh, Let's Playen. Äh, ich habe damals als Let's Player angefangen mit einer billig Logitech C200 irgendwas Webcam. Nicht für Bild, für Ton. Ich hatte kein Mikro und habe mir diese Webcam auf Haribo-Dosen, die Haribo-Dosen habe ich gestapelt und die Webcam habe ich vor mir auf die Haribo-Dosen gestellt und habe in diese Webcam reingesprochen. Und das waren meine ersten Let's Plays, also, und das hat sich dann nach und nach halt weiterentwickelt. Von daher, wenn Bock da ist, nutzt erstmal die Hardware, die du hast. Neue Hardware kaufen zum Verbessern kannst du dann immer noch. Also, das heißt, du musst nicht halt sofort Tausende von Euros halt investieren, um erstmal loszulegen, weil viele geben dann erstmal wahnsinnig viel Geld halt aus, weil sie denken, ich brauche noch dies und das, um überhaupt zu starten. Ja, und dann starten sie, merken dann sehr schnell auch, ich habe ja gar keine Lust mehr. Und dann steht da Equipment im Wert von mehreren Tausend Euro rum, was keiner mehr benutzt. Das ist eine relative Verschwendung. Also, von daher, erstmal klein anfangen und wenn man es dann weitermachen will, nach und nach halt verbessern. Ja, es sollte jetzt nicht exakt wie aus der Grotte klingen. Also, das wäre dann natürlich schon, wenn die Leute deswegen abschalten, ja, das wird dann schon schwierig. Den Wenya helfen, die Bestie töten. Ja gut, welche Bestie? Wo muss ich hin? Da hinten, da sehe ich es. Okay, Bestie töten. Erreiche das Gebiet. War die Haribo-Losen voll oder leer? Ich glaube, die waren sogar noch halb voll. Also sind währenddessen immer weniger geworden. Aha, da haben wir auf jeden Fall schon mal Wildschweine, die ich erledigen soll. Äh, eins. Äh, jetzt schon mal keine gute Quote, wa? Oh, hier haben wir ein zweites getötet. Naja, da unten ist nochmal eins verreckt. Achso, das war mein Hund. Naja, aber keine Pfeile mehr, wenn ich hier so weiter rumholze. Wo ist denn noch eins? Da ist nochmal ein Bär. Au! Hilfe! Den muss man mal ganz kurz heilen. Naja, Bär ist down. Bär down. So, ein Moped fehlt noch. Na klar, wegen dem Gewicht gar nicht so unwichtig. Also das Gewicht der Dosen, nicht das von Slash. Ja, ich stand hier auf dem Schreibtisch. Also, auch wenn sie leer waren. Es ging ja nur um die Höhe, dass es näher am Mund ist. Und tatsächlich, was ich dann halt, ähm, gelernt habe, war die Nachbearbeitung von halt eben Audio. Let's Play hat ja den Vorteil, dass es nicht leicht ist. Äh, nicht leicht ist. Ja, nicht leicht ist es manchmal auch nicht. Ich meinte natürlich, nicht live ist. Und du dementsprechend das Audio auch noch in dem Post-Processing nachbearbeiten kannst. Das heißt, ich habe mich mit Audacity auseinandergesetzt. Was man da halt eben noch an Filter und Nachbearbeitung machen kann, dass es halt ein bisschen besser klingt. Also sprich Rauschentfernung, ein bisschen Komprimierung, ein bisschen Equalizing. Ähm, und da konnte man dann auch schon tatsächlich aus diesem Logitech-Webcam-Ding einen einigermaßen guten Klang halt rausholen. Wo ist denn jetzt hier der letzte... Mops. Weg. Ah. SteelSeries Arctic kann ich zum Beispiel gar nichts halt zu sagen. Ähm, klingt jetzt ein bisschen komisch. Alles, was halt quasi nicht XLR ist, sondern halt eben eine eigene USB-Soundkarte verbaut hat, ähm, kann ich halt nicht wirklich effektiv im Steam halt nutzen, weil halt bei mir alles über das Mischpult geht. Und dafür müsste es halt eben XLR sein. Deswegen kann ich zu dem Mikro halt nicht sagen, ob es gut oder nicht gut klingt. Ähm, weil ich sowas halt tatsächlich gar nicht teste. Und Jufka, im neunten, ein weiterer Günther. Da sage ich dickes Dankeschön, Jufka. Sei gegrüßt. Und Dankeschön natürlich für den Support. Leider ohne Message. Ich danke dir trotzdem, Jufka. Alter. Vieh. Glaub ich, ich habe es ein bisschen angehittet. Und jetzt ist es ein bisschen wild. Ah ja, ist aber gestorben. Na ja, wohin. So. Ja, aber ganz schön Pfeile halt rausgeblasen. Erstmal neue bauen. Können wir mir ein bisschen Holz hier mitnehmen. Der Waffenschmied. Und direkt eine Trophy abkassiert. Ein Sennheiser GSP600 holen. Mit dem Sennheiser Profil Audio Verstärker Extrem Soundkarte. Sagt mir tatsächlich nichts. Ähm, welche ich halt im Auge hatte, waren die, wie heißt die? Die, HSD 400, 450. Die Headsets. Ähm, die wären noch ganz interessanter gewesen. Gut, dann sind wir hier fertig. Und können theoretisch. Äh, ein Fähigkeitenpunkt den mitnehmen. Ja, keine Ahnung. Nehmen wir die jetzt hier nochmal eben mit, würde ich sagen. Machen wir das. Das soll eine Befreiung sein. Hütte die Eindringer und rette die Gefangenen, wenn ja. Bleibt unentdeckt, sonst wird die Gefangenen hingerichtet. Von da. Ja gut, dann porten wir uns nach da. Let's go. Genau. Moppet. So sieht's aus, Jofga. Hat rumgeschmackt. Konnte keiner dazu schreiben. Na gut, dann hast du jetzt ja im Chat geschrieben, Jofga. Vielen Dank dir nochmal. Also tatsächlich, ähm, was ich halt eben, wenn's kein Kopfhörer sein soll, als Preis-Leistungstipp halt nennen darf für einen Stream, äh, ist halt tatsächlich, äh, das da. Das ist, äh, das neue Rode PodMic, was Rode rausgebracht hat, äh, und das kriegst du halt für sehr, sehr kleines Geld. Also für roundabout 99 bis 120 Euro, also für roundabout 99 bis 120 Euro, brauchst natürlich noch ein XLR Interface, ähm, oder halt ein Mischpult, wo du es dran anschließen kannst. Braucht keine Phantom Power und es hat halt für den Preis einen echt verdammt guten Klang. Sehr rauscharm, äh, sehr natürlicher Klang, also wie gesagt, da gibt's das Auto die nächsten Tage irgendwann dann noch ein Testvideo zu. Also wie gesagt, für den Preis, da kannst du echt nix falsch machen. Und, äh, das wär so meine Empfehlung, wenn's halt kein Headset sein soll. Das heißt, wenn man halt eben ein bisschen stationärer arbeiten kann und will, dann kann's halt definitiv auch das Rode sein. Und, äh, Entschuldigung, jetzt hab ich mich verschluckt, ich wollte Kaulsi sagen, willkommen und danke dir natürlich für dein Follow. So, dann gucken wir mal, was wir da befreien müssen. Die Sennheiser Momentum, da hab ich schon viel Gutes drüber gehört, äh, the pad is my, als Kopfhörer. Tatsächlich, wenn's bei mir kein Headset ist, hab ich im Moment die, ähm, die hier. Weil ich sage, ich mag tatsächlich den variablen Bassboost von den Dingern, das sind die Biodynamic Custom One Pro. Also wenn halt kein Mikro dran sein soll, hab ich sehr viel Spaß mit denen. Weil, kannst du dir den Bass halt hier unten über diesen Bassreflexschalter, äh, so anpassen, wie du ihn haben willst. Und ich mach dann immer halt sehr viel Bass, weil ich mag halt Bass. Und, ähm, ja, mit denen hab ich sehr viel Spaß. Sehr Tragekomforttechnisch, äh, äh, sehr Tragekomforttechnisch? Also, ein hoher Tragekomfort mit sehr schönen weichen Polstern. Weil ich hab halt sehr schnell Ohrenschmerzen. Ähm, das war eben mein Problem, was ich bei den Audio-Technica-Dingern hatte, wo ich mir dann die roten Ohrpolster gekauft habe. Weil die Standard-Ohrpolster mir zu dünn und zu, zu hart halt waren. Aber wie gesagt, die Momentum würde ich mir prinzipiell gerne auch mal angucken, weil ich, äh, schon sehr viel Gutes darüber halt gehört habe. Und Wolf muss ins Bett, bevor der Wecker mich in ein paar Stunden anschreit. Pusche ich lieber ins Körbchen. Viel Spaß euch, Wolf. Dann möbel dich ins Körbchen. Danke fürs Reinschauen natürlich. Schlaf gut. So, und wir sollen hier die, äh, befreien. Wo sind die denn? Ah, da. Ja, die Polster sind super wichtig, weil ich trage ja eben auch noch eine Brille. Und wie ihr seht, hat die ja hier so ein relativ dickes Gestell. Und wenn dann halt die Dinge auf mein Ohr, auf die Brille drückt, ah, das wird sehr schnell unbequem. Also ich habe da halt sehr empfindliche Ohren. Dementsprechend Polster für mich super wichtig. Deswegen konnte ich zum Beispiel auch, ich hatte von, von Audio-Technica halt On-Ear, ähm, Kopfhörer. Beziehungsweise ein On-Ear-Headset. Das konnte ich nicht tragen. Also es muss für mich tatsächlich Over-Ear sein, weil In-Ear und, äh, On-Ear für die Ohren schmerzen. Geht beides nicht. Also mein Gehörgang ist empfindlich und meine Ohrläppchen anscheinend. Wo ist denn denn hier der Höhleneingang? Rettet mindestens zwei Gefangenen, ne? Ja, aber wo denn? Wo geht's denn hier rein? Das ist halt irgendwo eine Höhle bestimmt, oder? Hier? Ah ja, das sieht gut aus. Maybe? I said maybe. Is this the cave that saves me? Ah ja. Was? Ne, klettern will ich nicht. Ja, ich spiele das erste Mal Primal. Smokey, yo. Sei gegrüßt, by the way. Also ich hab's vorher noch nicht gespielt. Ich hab alle anderen Far Crys gespielt. Aber Primal, wie gesagt, zum ersten Mal. Also Far Cry 1, 2, 3, 4, 5, New Dawn. Jetzt spiele ich Primal. Ich glaub, das einzige, was ich dann nicht gespielt habe, ist, äh, Blood Dragon oder wie's heißt. Das hab ich tatsächlich noch nicht gespielt. Aber das gibt's, glaub ich, auch nicht mehr auf der PS4, oder? Das gibt's nur auf der, äh, Playstation 3, glaub ich. Den hatte ich nicht gesehen. Na, das war's, glaub ich. Guti! Dann haben wir die auch erledigt. Blood Dragon ist fantastisch. Ähm, gibt's das auf der PS4? Ne, oder? Weil das wäre dann vielleicht auch mal was, was man dann nochmal auf den Stapel der Schande legen könnte. Und dann irgendwann mal nachholen könnte, wenn das nächste Sommerloch oder so kommt. Er gefällt mir sehr gut, zu, zu Laris. Also, tatsächlich, ich mag Far Cry. Und, äh, ich mag die Ubisoft Open World Formel. Die neue Ubisoft Open World Formel, sag ich einfach mal. Und, ähm... Jo, ist halt mal was anderes. Nicht halt mit Standard knarren, sondern wirklich halt gezwungenermaßen mal mit Pfeilbogen und Speer. Ja, das find ich halt ganz nice. Weil ich bin halt nicht so der Shooti-Shooti-Spieler. Hatten wir am Anfang drüber gesprochen. Ähm, dass ich halt tatsächlich so Standard- oder reinrassige Shooter wie jetzt zum Beispiel Doom, Quake, Wolfenstein, die mag ich nicht. Äh, was ich, wenn ich Shooter-Spiele halt mag, ist halt so Richtung Far Cry oder Richtung Gears of War oder Bulletstorm. Das geht auch klar. Da hab ich auch Spaß mit. Aber ich hab so Rage 2, äh, ist ja nicht so meins. Kausi hatte ich, ne? Let's Play Chronicles. Und ein MMO? Ne, ein, ein MMO, Entschuldigung. Ein MMO, oder eins MMO. Ihr zwei. Dankeschön fürs Rollen natürlich. Seid willkommen. Danke euch. Und Tobi sei gegrüßt. Äh, so. Dann haben wir hier oben noch was. Jage Raubtiere, die Venja bedrohen. Ja, gehen wir hier oben so rum zurück, würde ich sagen. Dann machen wir hier die letzten beiden Punkte und gehen dann hier zu der Story-Mission. Äh, ja. Bauen wir mal ein paar Pfeile. Hm, Kasuri. Seid Paiskaguara. Ach so, ja. Äh, da seh ich noch, dass, äh, jetzt muss ich, ich seh, ich sag mal Blei, ja. Weil ich hab's nicht mit Leeds Big. Sorry, Startseite. Deswegen sag ich mal Blei. Ähm, ja, vielleicht irgendwann mal ausprobieren. Also, wer hat, äh, nur übers Dampfen rede ich nicht großartig im Stream. Ist halt für mich mehr oder minder wie Rauchen. Ich mach's, ist aber nicht gut. Lass es am besten sein. Ergo, bevor ich da irgendwie Werbung für irgendwas mache, sag ich da halt gar nichts zu. Deswegen Ausrufezeichen Dampf. Da findet er halt die Info. Ich mach's, aber, wie heißt, ich spreche da nicht großartig drüber. Wer hat, es ist mehr Gummibärchen, das wäre, glaube ich, clever, oder? Warte mal, hier unten ist noch eine Hand irgendwo. Wo ist die denn? Ah, da hinten. Ne, doch nicht. Hä? Wo ist die denn? Hier? Ah ja, hier. So, und dann brauche ich halt mal ein bisschen mehr Holzi, Holzi, Holzi wieder. Das haben wir jetzt ja gut weggeholzt. Grünblatt? Find ich nicht, war da irgendwo dazwischen. Wobei, jetzt mal unabhängig von dem Namen, als ich noch jung war, ohne Scheiß, da war noch nicht, äh, die Prollwelle. Ich wollte immer als erstes Auto einen Manta haben. Einen Opel Manta. Ja, aber dann kam Manta, Manta und die ganze Prollkacke. Und dann wollte ich doch keinen Manta mehr. Aber damals fand ich den Manta echt nice, muss ich sagen. Ähm. Bin ja schon ein bisschen älter, aber dann ist das erste Auto doch ein Corsa geworden und nicht ein Manta. Ja, erstmal das Holz mitnehmen. Tasche voll? Echt jetzt? Hm, Adlerholz kann ich aber mal mitnehmen. Tasche für Adlerholz, fast voll. Ja, fast voll. Fast voll ist nicht ganz voll. Müssen wir mal ganz voll machen. Äh, ich soll hier noch irgendwo die Moped-Männer befreien, sehe ich gerade. Ich weiß gar nicht warum, ich habe ja gar nichts angenommen. Gut, der ist erledigt. Kommt noch wer? Ruhe im Puff. Würde sagen, waren alle, oder? Ah ne, da kommen noch welche. Boah, ich bin ja wirklich der beste Wogenschütze hier in dem Spiel. Aber da hinten, unten ist noch einer. Wer denn der hintere? Der da. Erstmal selektieren, wer der Feind ist. Ja, aber auch getroffen. Zack. Jetzt kommen sie wieder von zwei Seiten. Da ist noch einer irgendwo. Und Erfolg. Easy. Und Jabo, sei gegrüßt. Moin, moin. Zeig mal deinen Skilltree. Okay, äh, da kann ich glaube ich jetzt sogar noch weiter skillen, weil ich einen Punkt bekommen habe. Oh, sogar mehrere. Das heißt, ich kann endlich hier diese Ressourcen halt hier lernen. Äh, das war ein bisschen mehr davon noch mitnehmen. Das wollten wir als nächstes lernen. So, jetzt bin ich überfragt, was ich als nächstes haben will. Äh, nochmal einen. Ja, Leute, das hat aber sechs gekostet. Das war das Sprinten. Das dauerhafte Sprinten. Gesundheitsregeneration. Das könnte man mitnehmen für... Achso, das habe ich sogar noch nicht gelernt. Freigeschaltet. Kostet aber drei. Boah, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich als nächstes mitnehmen soll. Schwere Takedowns, Ketten-Takedowns. Das wäre vielleicht noch ganz interessant. Außer vielleicht auch Bestienreiten. Das könnte man mal mitnehmen. Ähm, aber da muss ich auch die Bestien irgendwann sehen. Säbelzahntiger und Blutfangsäbelzahn. Was muss ich denn hier lernen? Äh, Leoparden, Jaguar, seltene schwarze Jaguar, Höhlenlöwe, seltene schwarze Löwen. Ähm, Säbelzahntiger und Braunbären. Höhlenbären und Dachse. Also die Dachsen sind echt die Krönung der Evolution. Ja, weiß ich nicht, weil ich muss die ja irgendwie erst tamen. Ähm, um die halt reiten zu können. Säbelzahntiger und Blutfang. Und das wäre Waffen benutzen beim Leichenbewegen. Nochmal Gesundheit verbessert. Hier wären die doppelte Coins. Teuflische Fallen, präzise Schleuder. Doppelte Schwere, doppelte Splitter, doppelte Fallen. Dass ich einfach alles nur herstellen kann, aber die Anzahl der Rohstoffe bleibt gleich. Also einfach nur die Hälfte klicken. Das verstehe ich den Sinn noch nicht so ganz. Ähm, Nahrungsbooster, doppelte Köder. Das finde ich alles eher uninteressant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde sagen, wir gehen dann eher in die, ähm, in die Takedowns, würde ich sagen. Tiere verwunden, Tiermarkierung, verringerter Fallschaden, Jägerblick Pflanzen, Nachladen im Sprint und Bogentechnik. Ja gut, aber das brauche ich auch nicht, weil ehrlich gesagt, der Bogen ist schon völlig okay. Verringerter Fallschaden, Tiermarkierung und Tiere verwunden. Äh, keine Ahnung, lass uns hier die Takedowns nehmen. Äh, einfach da mal rein, let's go. Und Herrlein. Dankeschön, auch natürlich für dein Follow. Wie weit hast du das Spiel schon durch? Am Anfang stand 20%. Also so roundabout 20%isch. Ich hatte mal einen Dreizylinder Eco Corsa. Boah, was habe ich den hier hasst? Aber die Dreizylinder sind eigentlich super flott unterwegs. Boah, ich weiß gar nicht, 45 PS hatte mein Corsa. Ich weiß gar nicht, wie viel Liter Hubraum der hatte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte er 45 PS. Das weiß ich noch. Äh, so, brauchen wir hier mal ein paar neue. Ich war immer noch Corsa, ich finde das Auto einfach mega gut. Boah, ich habe tatsächlich so viel halt tatsächlich getestet. Ähm, wie bei Mikrospellator. Nach dem Corsa kam dann, äh, ein Astra. Allerdings Diesel. Und da habe ich halt sehr schnell gemerkt, dass Opel zu der Zeit wirklich noch keine Diesel bauen konnte. Weil da hatte ich nur Probleme mit. Und bin dann tatsächlich, ähm, nach dem Opel Astra zu VW gegangen. VW Passat, um genau zu sein. Kombi. Und, äh, nach dem VW Passat, wollte ich von dem Familienauto ein bisschen sportlicher werden. Und nach dem Passat-Kombi kam dann Chirocco. Hahaha. Gut, ne? Und da war ich dann auch quasi zwei Jahre kurz mal so, nicht, ist schon Single, aber ja, nicht Single. Verstehste? Da hatte ich dann halt zwei, äh, vier Jahre den Chirocco. Und dann hatten wir uns, äh, tatsächlich den Mazda, was ist das CX? Also das SUV-Ding. MX oder CX? Ich verwechsel immer. Also nicht das Cabrio, sondern das SUV. CX5 ist es, glaube ich, ne? MX ist das, äh, Cabrio-Ding. Äh, ja, den Mazda. Ja, und den hat jetzt meine Ex-Frau. Und jetzt habe ich gleich durch unter Jahres. Ohne Klimaanlage, die kaputt ist. Schwierig. Äh, das heißt, äh, irgendwann hätte ich schon gerne nochmal ein neues Auto. Vielleicht mit Klimaanlage, das wäre toll. Äh, ein bisschen Rückschritt im Moment. Ähm, ja, Unvorauf kommt auf. Tötet die einen Ring und rettet die gefangenen Wenya. Habe ich dann nicht gemacht. Achso, die muss ich jetzt hier noch freilassen, oder was? Ja, und vom Spaßfaktor war der Scirocco natürlich das Auto Morgor, was am meisten Spaß halt gemacht hat. Na klar. Also wie gesagt, äh, der, ähm, war ab Kauf, ähm, schon eine Sonderanfertigung. Also mit nochmal extra Sportfahrwerk. Ähm, härteren Federn. Halt nochmal ein bisschen getunt. Und, äh, der ging richtig gut. Also von daher, ähm, das Auto hat halt Spaß gemacht. Aber, du brauchst es auch die dementsprechenden Straßen, weil das Ding halt so hart war. Das heißt, wenn du damit halt über Schlaglöcher oder so gefahren bist, du hast gedacht, dir fällt ein Ei aus der Hose. Also ohne Witz, äh, dementsprechend auf den deutschen Autobahnen teilweise schwierig zu fahren. Aber, äh, du konntest damit halt fahren. So bis 2,50 Uhr ging echt gut. So, da hinten ist noch einer. Oh, jetzt sind die wieder oben. Was ist der denn? So, Ruhe? Habe ich jetzt die alle erledigt? Wo sollen hier noch welche sein? Du? Nee, du nicht. Muss ich den da unten befreien wahrscheinlich, dann ist der glücklich, oder was? Ah ja. Wenn ja, Ereignis abgeschlossen. Ähm. Ja genau, Peter. An dem Punkt bin ich jetzt teilweise mit dem, ähm, mit dem Jahres halt eben auch. Äh, ich war tatsächlich jetzt in der Werkstatt, weil die Klimaanlage kaputt ist und hab mich halt erkundigt. Tatsächlich, der Kompressor ist bei Toyota scheiße teuer. Das heißt, mit Einbau und Befüllen, Entlüften kostet das mal eben Taui, der neue Klimakompressor. Äh, dann brauche ich auch neue Reifen. Das heißt, äh, der ist zwar gerade frisch über den Tüft, der Wagen, äh, aber die Reifen sind auch so gut wie abgefahren. Ergo neben dem Klimakompressor kommt dann halt nochmal ein neuer Ersatzreifen. Zahlst du auch locker deine drei, vierhundert Euro nochmal. Und das Auto ist maximal vielleicht noch vier wert oder so. Da ist die Frage, ob man das halt eben jetzt dann alles nochmal in das Auto reinsteckt. Ähm, oder ob du sagst, zieh es vom Verkaufspreis ab, ich gebe das ab und hole mir irgendwo ein neues. Alter, wieso kommen denn hier dauernd neue Dinge? Das habe ich doch gerade gemacht. Null. Und Woody, sei gegrüßt. Gerade Fahrprüfung durchgefallen. Woran hat es denn gelegen, Smokey? Und wir haben dann halt nochmal lernen und, äh, die Fehler bewusst machen und beim nächsten Mal halt nicht mehr machen. Ich weiß aber auch nicht, ob ich heute nochmal bestehen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ne, da lang. Fehler bewusst machen klingt komisch. Naja, dass man halt Fehler halt macht, aber halt eben nur einmal macht und daraus halt eben lernt. Weil das sollte sich ja eigentlich so einbrennen, was man falsch gemacht hat. Das meine ich mit bewusst machen, Woody. Also, nicht jetzt halt nochmal machen. Äh, ich bin hier, glaube ich, in einem Nest von Tigers. Okay, die flüchten schon mal wieder. Da unten sind schon mal Pären. Einfach umknüppeln. Wann habe ich denn jetzt hier alles getötet? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich sehe nur die Xer auf der Minimap. Das ist schon mal ein Hirsch. Schon mal uninteressant. Du bist mein Wolf. Da ist noch ein Wolf. Ja, Wolf kann ich, glaube ich, gebrauchen. Weil wegen, äh, D, 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 Dings hier. Fell. Gewöhn. Da brauche ich, glaube ich, noch Tonnen. Oder vielleicht brauche ich das Special Fell von dem weißen Wolf, der jetzt aber, glaube ich, abgehauen ist. So, Wolfsfälle nehme ich auf jeden Fall mal mit. Beim Rechtsvortritt zu zögerlich abgebremst. Ja, gut, okay. Das ist halt eben was, da legen die teilweise halt Wert drauf, ja. Genauso, wenn er halt zu zügig auf eine rote Ampel losfährt, irgendwann fängt er an zu bremsen. Und du denkst dir halt, what the fuck, ich wollte aber noch bremsen. Ähm, da musst du halt wirklich vorbildlich halt in der Fahrschule fahren. Das stimmt schon. Ein bisschen anstrengend. Oh, Morrigan, danke fürs Nickers-Eis. Wir hatten heute schon McDonald's-Eis. Ich glaube, 90% der Leute im Mitführerschein würden da wieder durchfallen. Habe ich ja gerade schon gesagt, Bellator. Ich weiß auch nicht, ob ich bestehen würde. Also, alleine, wenn er jetzt schon, sage ich mal, die ganzen, äh, wie weit soll's da sein? Oder halt, äh, von, von der Kurve wegparken? Vom Kurveneingang oder Ausgang, also sprich Bekreuzung oder so. Äh, wie viel Meter waren die Abstandsregeln von Bahnübergängen? Hm, ja. Und natürlich, wenn er halt eben insgesamt halt ein bisschen zügiger und sportlicher fährt, genau wie jetzt halt eben bei Rechts-Vor-Links-Regelung oder bei Ampeln, ja, wenn er halt sehr spät halt bremst, weil er weiß, dass du trotzdem anhältst, in der Fahrschule denkt er sich, oh Gott, der fährt drüber oder so. Ja, kann ich schon verstehen. Wie komme ich denn da oben hoch? Ja. Oh, ich seh hier halt nix. Weil das Gebüsch hier so dick ist. Ja, das absolute Fickendick ist. Ja, das sind Fragen, das könnte ich alles nicht beantworten als der da. Oder nochmal irgendwie mit Stützlast für Anhänger ohne Hasse nicht gesehen. Wenn ich nochmal fahren will, müsste ich wahrscheinlich zwischendurch mal anhalten, weil der Prüfer sonst schlecht ist. Und ich bin erst 18, ja, wie gesagt, ich hab, äh, ich werd dieses Jahr 40 und ich fahrzeit, also ich hab meinen Führerschein mit, äh, so gut wie 17 fertig gemacht, mit 18, also an dem Geburtstagstag hab ich die Prüfung gehabt und den abgeholt. Und seitdem fahr ich wirklich, äh, unfallfrei, punktefrei. Und, äh, ja, aber trotzdem fahr ich halt sportlich. So ist nicht. Äh, Rothunde, stäle Fleisch von hiesigen Jägern. Jage sie, um die Zahl zu verringern. Tierhäute wurden zu deinem Belohnungslager geschickt. Okay. Und Dopey ist wieder satt. Ja, wunderbärchen Dopey. Da hinten sollen wir jagern. Ja, wobei mittlerweile, wenn ihr die Prüfung macht, ist doch bei euch jetzt der Umweltbogen mittlerweile bei den Standardfragen dabei, oder? Weil ich hatte damals halt tatsächlich noch einen Umweltbogen. Also tatsächlich, äh, Auto, Motorrad. Also ich hab Motorradführerschein gleich mitgemacht. Äh, Auto, Motorrad und, äh, dann noch extra Umweltbogen. Also sprich, wo halt drin stand, äh, wenn man morgens das Auto anmacht, soll man erst mal 10 Minuten Vollgas geben, weil das gut für die Umwelt ist. Ich glaub, das waren so die, die, die wichtigsten Sachen, die man beachten sollte. Musik immer voll aufdrehen, immer viel Gas geben, Sportauspuff und den Leuten schön damit zeigen, dass er ein Auto PS hat. Das war, glaub ich, so der Tenor. Vom Umweltbogen. Hab ich doch richtig verstanden, oder, Jet? War doch so. Energiesparbogen heißt der jetzt. Okay. Ja, aber damals hieß er bei mir noch Umweltbogen. Genau so, ja. Da hab ich alles richtig gemacht. Schön noch ein Loch in den Auspuff bohren, damit der Sound noch ein bisschen mehr brummelt. Mensch, easy. Was ist denn Auspuff? Ja, ohne Scheiß. Also der schönste Sound ist tatsächlich ohne Auspuff. Ohne Cut noch dazwischen. Am besten einfach vom Motor Sidepipes mit offenen Flammenrohren raus. Geil. Ja, gut, okay. Dann brauchst du aber sehr kulante Nachbarn, dass sie dich nicht jede Nacht ankacken, wenn du den Motor anwirfst. Das könnte dann schnell passieren. Weil du da, glaub ich, gegen jegliche Dezibelgrenzen verschößt. Aber okay. Irgendwann ist ja immer. Und Ben Werder, sei gegrüßt. Uns geht's gut. Also mir zumindest nicht. Ich hoffe, den Chat halt auch. Es ist nicht mehr so warm bei uns hier im Ruhrgebiet. Von daher alles mittlerweile ertragbar. Genau. Lautsprecher, Subwoofer. Das hatte ich damals auch alles im Corsa. Ohne Witz, Mann. Das kann ich gleich neu erzählen. In dem Corsa, den hatte ich halt eben so ein bisschen auch dann rumgebastelt, ne? Wie es man halt beim ersten Auto halt eben macht. Und ich hatte dann eine Anlage drin. Eben CD-Wechsler mit Subwoofer und irgendwie sechs oder acht Lautsprecher waren dann halt noch zusätzlich verbaut. Was ich nicht bedacht hatte. Irgendwann stand ich eines Abends mal eine halbe Stunde auf dem Parkplatz und hab damals auf meine Freundin gewartet. Hatte halt schön Musik an, aber tatsächlich, ne? Kein Motor. Irgendwann ging die Musik aus und ich dachte mir so, what is happening? Ja, innerhalb von einer halben Stunde hat die ganze Anlage, die natürlich voll aufgedreht war, die Batterie leer gesaugt. Da musste ich dann doch eine größere Batterie für die Anlage dem Corsa nehmen, weil die waren nicht mehr so gut dafür. Das ist mal ein bisschen peinlich. Musste ich am Arsch der Welt den ADAC für Starthilfe anrufen, weil kein anderer Arsch da war, um ihr Starthilfe zu geben. Und der ADAC hat auch gesagt, alter, was macht sie denn da mit der Anlage in dem Auto? Ja, ich höre Musik. Ja, aber dann machen Sie bitte den Nächstwissen bitte einfach den Motor an. Ohne Motor hält halt nicht lange. Upsi, ja Mensch, ähm, das ist so lustige Dinge, die man da nicht bedenkt, wenn man jung ist. Eieiei, wo sind ja jetzt diese Kackhunde hier? Da sind auch noch Hunde. Oh, jetzt haben wir schon mal 5 von 11. Ich hatte Golf 1 Pirelli als ersten Wagen von meinem Onkel, den habe ich auch heute noch. Ja gut, die ersten oder alten Golfs, gerade auch die Golf Cabriolets, die sind auch immer super beliebt. Die kriegst du mittlerweile richtig schlecht weg, Swiesel. Tatsächlich, also da zahlt es auch noch massig Kohle für, komischerweise. Ist halt mittlerweile halt so ein Kult-Auto. Genau halt wie einen gut erhaltenen Käfer oder so. Oder zum Beispiel Mustang, einen alten aus den 60ern. Kannst auch nicht bezahlen, da ist ein neuer Mustang deutlich billiger. Hätte gerne zum Beispiel so einen alten Mustang, aber kannst ja nicht bezahlen. Am besten sind die Kahn, wo du von außen nur lockere Heckklappe und das Nummernschild wibriest. Oh, Berilator, hör auf. Beim Auto darf nichts klappern. Da werde ich wahnsinnig. Das heißt, das Erste, was ich bei so einem Auto machen würde, da kommen erstmal Gummiringe dann unter das Nummernschild, dass es nicht klappert. Also wenn irgendwann im Auto klappert, werde ich wahnsinnig. Auto ist doch keine Rappelbox. Aber ja, da gibt es halt genug, die das halt eben machen. Dann hörst du halt beim Bass jedes Mal halt eben das Nummernschild schäppern. Ey, super schlimm. Und als der da kommt mit ins Bett, schlaf gut. Ja, aber der Sound war bestimmt geil, Legolas, oder? Da hatte ich ja schon mal die Geschichte erzählt vom Moped oder von Mopeds, was ja tatsächlich Leute machen. Da gibt es ja mittlerweile Dezibelbeschränkungen auf neue Modelle, dass sie halt nicht eine gewisse Lautstärke überschreiten dürfen. Weswegen sich halt viele alte Harley-Fans halt einen alten Rahmen von einer Harley besorgen und eine neue Harley auf den alten Rahmen draufbauen. Weil dann gilt nämlich nicht mehr die Lautstärkenbeschränkung. Weil nämlich dann das Bau ja des Rahmen zählt und nicht des Motors. Ähm, halt super lustig, dass sie dann halt komplett die Maschine umbauen, nur für den Sound. Also wie gesagt, ja. Aber wie gesagt, da sind wir halt ja mittlerweile so, oh mein, man darf ja keinem mehr auf den Sack gehen. Morgen geht's in den Urlaub, wo geht's in den Hinwernwerder? Mein erstes Auto war ein Ford Probe ECP. 120 PS, super sportlich und in den Kofferraum, wo zwei Erwachsene reinpassen. Leider war Ersatzsteile und Repertor der reinste Horror. Ja, der Probe war tatsächlich mehr oder minder so ein bisschen, oh, wie hieß nochmal der Opel? Der, der so ähnlich war. Jetzt kommen wir nicht auf den Namen. Opel Supra? Supera? Ah, wie hieß der denn? Der war so ähnlich, das war eben auch so ein Sportcoupé. Calibra, danke schön. Genau, das war's, Schwammkopf, den meinte ich. Calibra, genau, danke dir. Das war's, den meinte ich. Nach Griechenland. Ja, dann schönen Urlaub. Trink ein Uso auf mich und Gyros und Tzatziki natürlich. Und Feta-Käse. Nom, nom, nom. Oh, einen noch. Ich bin in der Großstadt gewohnt, äh, oder ich habe. Ich bin Lärmresistent, außer bei Kindern. Ja, Kinder können manchmal anstrengend sein, das stimmt schon. Kinder sind auch zum Kotzen. Alter, Peder. Ich sag doch diplomatisch, Kinder können anstrengend sein. Kinder sind zum Kotzen. Alter, was ist mit euch? Ihr macht doch auch mal Jungen. Eiei, 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 eiei. Und die Kleine war Opel Tigra und Ford Puma, genau, ganz genau. Äh, wobei den Tigra, den fand ich auch ziemlich nice. Gerade, den gab's auch als Cabrio, ne? Äh, so, jetzt muss ich noch mal ein Moped hier finden. Die Frage ist, wo? Hm. Kinder sollten nach der Geburt gefressen werden. Alter Schwede, ey. Ja, ich weiß auch noch nicht. Also, wie gesagt, keine Ahnung. Ich bin ja noch mehr oder minder so ein bisschen die Generation, wo es halt war, Ausbildung beziehungsweise Studium, äh, Haus bauen, Kinder machen. Äh, aber irgendwie wehre ich mich noch dagegen. Ich weiß es nicht, ob ich, ich, ich sehe mich selbst nämlich auch nicht so als wirklich verantwortungsbewusster Vater irgendwie. Und mein Lebenswandel ist auch nicht so wirklich kindkompatibel. Von daher, ich weiß es nicht, ob da mal irgendwann irgendwie und irgendwo Kinder schlüpfen. Oh, Baka Olsen, sei gegrüßt. Warte, da drin war ich aber schon, ne? Ja, da war ich, da war nichts mehr drin. Wo ist denn das letzte Vieh? Eins fehlt noch. Ja, ja, damit bin ich ja sowieso schon exotisch, dass ich nicht fertig studiert habe und jetzt hier so Dinge im Internet mache. Da habe ich mich ja sofort disqualifiziert. Ja, ja, üben, üben. Äh, die Übphase ist länger. Das stimmt schon. Äh, so. Warte mal denn hier. Da können wir immer noch nichts weiteres bauen. Fähigkeiten brauchen wir auch nochmal. Okay, dann gut. Dann geht's weiter. Dann haben wir das abgeschlossen. Dann gehen wir jetzt noch da oben, würde ich sagen, ne? Gucken wir mal, ob wir da jetzt hinkommen. Da so hoch. Oh, jetzt ist hier noch so ein Moped. Oder? Ist das der richtige Weg? Ja, ist der richtige Weg. Geht auch ohne Kinder. Naja, wenn man das möchte. Also, da kannst du auch das Kapper ruhig weglassen. Äh, ich glaube, für manche ist es halt die Erfüllung. Und für viele andere geht's auch eben ohne. Also, ich glaube, ähm, das hat sich halt auch in den Köpfen viele halt eben verändert. Wobei zum Beispiel mein, äh, mein Cousin und Großcousin, die verstehen's halt zum Beispiel gar nicht. Also, die haben halt sehr früh halt Nachwuchs bekommen. Der ist jünger als ich und hat jetzt, glaube ich, schon zwei Kinder. Und der fragt auch jedes Mal, was der mit mir und Kindern ist. Wo ich halt sage, ja, keine Ahnung. Aber ich dachte, äh, musst du halt Bock drauf haben. Gehen wir jetzt mal heilen. Ah. Ja, Peugeot, tatsächlich habe ich selbst noch keine großartigen Erfahrungen mitgemacht, muss ich sagen, Legend. Also das Einzige, was ich jetzt halt prinzipiell sage aus der Erfahrung, die ich gemacht habe, ich möchte, glaube ich, kein Toyota mehr haben. Also, weiß ich nicht. Bin ich jetzt nicht so überzeugt von dem, was ich halt bis jetzt von gesehen habe. Was, Markus hat nicht fertig studiert? Oh mein Gott. Nee, tatsächlich. Nach dem Vordiplom hatte ich keinen Bock mehr. Da war mir Elektrotechnik ein wenig zu dröge. Und irgendwann saß ich da und habe mir halt gedacht, wofür berechne ich jetzt irgendwelche Elektronen auf irgendwelchen Kugelbahnen? Ich möchte dann eigentlich gar nicht. Und da war dann RIP-Studium. Oh, noch ein Bär. Erstmal mal den Hund hier wieder beleben. Und den brauchen wir bei neun. Kau mal eine vernünftige Toyota. Ja, was wäre denn ein vernünftiger Toyota, Alu? Dann hau doch mal raus. Ja, mittlerweile tatsächlich, Morgor, stimme ich dir zu, dass die Japaner halt auch, was deutschen Standard angeht, halt sehr gut nachgelegt haben. Ja, das war vor einigen Jahren halt noch nicht der Fall. Da hast du halt eben, sag ich mal, schon wirklich qualitative Unterschiede halt gemerkt zwischen, sag ich mal, deutschen Automarken und halt Koreanern und Japanern. Aber die haben halt mittlerweile so gut nachgebessert, dass du wirklich nichts mehr merkst. Also ich kann wirklich sagen, den Mazda, den wir gefahren haben, das hat sich halt vom Fahrgefühl angefühlt, als ob du in einen VW halt steigst, also in Volkswagen. Dann heißt der Motor war genauso freudig und der Spaß von beim Fahren halt da, als ob du halt eben ein VW halt fährst. Und das hatte ich halt vorher auch noch bei keinem Auto. Achso, ich muss da runter. Wie viel fehlt dir das? Ja, das nach dem Vordiplom, also die Hälfte quasi, die zweite. Ich komme hier nie an heute, habe ich das Gefühl. Weil irgendwie sind hier viel zu viele Tiere. Ein CX-5. In der größten PS-Ausstattung, die es zu dem Zeitpunkt halt gab. 2,3, 2, irgendwas Liter, Diesel, weiß ich nicht, was hat der ja? 170 PS oder so? Das hat schon Spaß gemacht, das Auto. Ja, das... Ich liebe Muscle Cars, Crystal. Also tatsächlich, wenn ich jetzt unendlich Geld zur Verfügung hätte, würde ich mir instant ein Mustang bestellen. Mit der großen Maschine natürlich, jetzt nicht mit der 2,3 Liter, sondern tatsächlich eher die großen Maschinen. Aber wie du schon sagst, gerade in Deutschland mit Steuern, mit Spritkosten, das ist halt schwierig, ey. Weil da zahlst du dich dumm und dämlich. Es ist halt eben nicht nur der Anschaffungspreis, der mittlerweile, weil es das Ding ja mittlerweile bei Ford halt so in Deutschland zu kaufen gibt. Früher musstest du es ja noch importieren. Mittlerweile kriegst du es ja bei Ford direkt. Oder meinetwegen auch ein Camaro oder so. Aber der Unterhalt dafür ist halt so scheiße. Das musst du dir halt eben leisten können. Das ist halt echt ein Spaßauto. Wo ist denn hier der Weg? Der soll hier sein. Auf der Minimap ist hier der... Ach ja, hier. Null. Ja, oder einen alten Dodge oder egal was. Irgendein Muscle Car. Also es darf was Aktuelles sein. Es darf aber ruhig was Altes sein. Bin ich absolut bei dir. Würde ich mir auch gerne holen. Aber wie gesagt, kann es dir... Also vielleicht kann man es sich leisten. Also ich kann es mir nicht leisten. Also weder den Anschaffungspreis noch den Unterhalt halt mit Steuern, Benzin und Versicherungen. Und der Wechsel. Einfach so. Mein nächster wird ein Hyundai, denke ich. Ich fahre zur Zeit ein E92 M3. Nie wieder ein BMW. Ich habe tatsächlich noch nie ein BMW gehabt, muss ich sagen. Mehrfach als Leihwagen ist okay. Macht Spaß. Aber man hört halt, dass sie teilweise nicht so gut verarbeitet sein sollen. Also in dem Sinne, dass sie halt nicht robust sind. Sondern halt, ne? Wenn du da mal, was weiß ich, zu stark über ein Schlagloch fährst, irgendwann schon kaputt geht. Gerüchteweise. Ich habe keinen, kann ich nicht sagen. Wechsel. Ich sage Dankeschön. Und der Hyundai, der... Welcher? Der i30. Wie heißt der? RX? Die Sportvariante vom i30 oder was? Der ist im Moment im Kommen, ne? Den... Dieses... Wie nennt er immer? Fast Hedgeback oder so? Ja, Fast Hedgeback, ne? Ist, glaube ich, der i30 oder i20? Ja, finde ich... Wieso nicht? Wieso nicht? Ist halt so quasi so ein Scirocco-alike. Und danke dir nochmal für den zweiten Mann. i30 ist es, okay. Ja gut, okay. Aber lag ich ja so grob richtig mit R30. Fun fact, mein neues Auto kostet weniger an Steuern und Versicherungen als mein altes Auto. Das wundert mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wundert mich, Peller. Wenn ihr dir jetzt halt ein Golf GTI oder so holt, glaube ich, zahlt sich die Versicherung dumm und dämlich. Mag sein, weil deiner vielleicht ein bisschen exotischer ist als jetzt zum Beispiel ein Golf GTI oder so. Weil normalerweise sind das dann halt eben Autos, die halt gerne die Fahranfänger nehmen. Halt erstmal Auto mit dick viel PS. Ja klar. Und dann bauen sie damit auch erstmal die Unfälle. Früher waren die Autos im Gegensatz zu heute viel billiger. Äh, ja. Inflation hast du überall. Ich meine, damals habe ich noch getankt für unter ne Mark. Normalbenzin. Unter ne Mark. Wo liest du heute? Heute kannst du dich freuen, wenn du bei Diesel vielleicht bei 1,12 Euro bist. Bei Diesel. Ja, nicht bei Normalbenzin. Ja, bei uns war Diesel heute, als wir vorbeigefahren sind, aus die 1,12, glaube ich. Aber ich fahre keinen Diesel. Ich gucke halt immer nur auf den Dieselpreis, komischerweise, weil der ganz oben steht. Tatsächlich wächst Wiesel, was ich mir jetzt angeguckt habe. Was jetzt nicht heißt, dass ich es mir kaufe, aber wo ich zumindestens mal liebäugel. Ist jetzt diesen Monat rausgekommen. Der neue Ford Focus SD. Tatsächlich in Tropical Orange. Ist halt so quasi auf den Spuren jetzt von der Leistung halt mit dem Golf GTI halt. Und wie gesagt, der gefällt mir eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich hatte ja halt eben schon mal den Chiroco. Und solche Autos machen halt einfach Spaß. Ob es der dann wird oder nicht wird, irgendwann vielleicht, keine Ahnung. Aber das ist halt so, wo ich jetzt mal hingeguckt habe. Klar, Golf GTI an sich ist halt eben auch ein nettes Auto. Aber da zahlt es halt A, den Volkswagen-Aufpreis, den Versicherungsaufpreis. Ansonsten Golf GTI natürlich auch sehr nice. Wenn mir den einer schenken wollen würde, würde ich natürlich auch nicht nein sagen. Ne, ist ein Vierzylinder. Tatsächlich Ossi. Vierzylinder, 2,3 Liter, 280 PS. Wie komme ich hier runter? Einfach so. Habt ihr letztens schon gesagt, schau dir mal den Fiesta an. Soll mir ja Spaß machen und ist billiger als ein Focus SD. Ja, aber ist auch ein kleineres Auto, Lu. Tatsächlich, der Fiesta ist ja nochmal kleiner. Also Fiesta, würde ich halt sagen, ist halt Polo-Corsa-Klasse. Fokus geht halt in die Richtung Astra beziehungsweise Golf. Also der ist halt eben nochmal ein bisschen größer. Jetzt habe ich ja mehr oder minder mit dem Toyota Yaris ist es ja mehr oder minder die Fiesta-Corsa-Klasse. Wie gesagt, ein bisschen größer dürfte es ruhig schon sein. Achso, der Pfeil brennt. Okay, dann machen wir hier an. Bei uns in Österreich ist Diesel witzigerweise billiger als Benzin. Ja, bei uns auch, Tomb Raider. Also Diesel ist billiger als Benzin, klar. Dafür zahlt er halt mehr Steuern fürs Auto. Ah. Ich hatte viel GTIs. Viel zu teuer. Ja, zahlt er mittlerweile den Namen. Ist halt mittlerweile eben auch cool, ne? Also entweder mag man halt GTI oder halt eben nicht. Ich meine, entweder magst du halt Karo-Polster oder du magst Karo-Polster halt nicht und findest es langweilig. Ist halt retro. Genau, der Hyundai i30 geht auch in die Richtung, genau. Oder der Renault Megane, der, keine Ahnung, wie die Sportsline von Renault heißt. Die haben ja auch den aufgebohrten Megane. Ich meine, da hat ja mittlerweile fast jede Firma ihre aufgebohrten Standard-Limousinen. Äh, da komme ich nochmal, ich weiß nicht wohin. Bei Renault heißt es auch RS? Okay. Und bevor ich den Focus SD holen würde, wäre, wäre das was? Wie gesagt, i30? Ja, aber ich weiß nicht. Äh, bin halt nicht so von Hyundai überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß ich nicht. Achso, ja. Ja, da geht es tatsächlich lang. Äh, wie kann ich da den anzünden? Wie findest du Pougeot? Ähm, habe ich keine Meinung, weil ich noch nie eingefahren bin. Tatsächlich, äh, bei Franzosen, weiß ich nicht. Immer sehr merkwürdig. Muss ich sagen. Klingt jetzt ein bisschen laces, ähm, aber keine Ahnung. Ja, prinzipiell gefallen mir auch zum Beispiel, äh, Alfa Romeo. Aber auch da, schwierig. Äh, nee, stopp. Ich wollte bitte das da. Dankeschön. Genau, Alfa Romeo, sehr reparaturanfällig. Halt in Deutschland eher exotisch. Und daran halt was zu finden, ist halt dann nochmal doppelt wieder schwierig. Wie, ja, da fängt es halt eben zum Beispiel schon an jetzt mit dem Klimakompressor von dem Jahres. Das Ding ist halt einfach so kacke teuer. Das Material, nicht die Arbeitskosten. Das heißt, äh, wäre das jetzt eine andere Marke gewesen, wäre es deutlich billiger gewesen, weil die Klimakompressoren da deutlich günstiger sind. Aber, das Material an sich ist halt so teuer. Weil es halt wohl in Deutschland etwas exotischer ist. Also, Honda meinst du, Civic Type R oder so? Legend. Ja, ähm, ja. Wobei, wobei die Frage war, äh, würde mich mal jetzt interessieren für die Leute, die jetzt explizit gesagt haben, nee, kein Ford. Warum? Weil Ford ist doch auch tatsächlich, was Racing angeht, auch schon Jahre mit dabei. Was spricht bei euch gegen Ford? Erfahrung oder einfach ihr mögt es halt nicht? Äh, wie komme ich denn da hoch? Achso. Jaguar. Ja, ja, gut. Okay, klar. Jaguar. Warum nicht? Wir können überhaupt Tesla nehmen. Äh, au, oh, Hilfe. Ich schieße hier gerade Pfeile ab. Ja, nee. Nee, nee. Ja, genau. 1.000 Euro wollten sie auch haben. Schwankkopf mit Einbau, äh, und Entlüften. Und hast du nicht gesehen. Und befüllen. Ja, für ein 1.000 Jahre altes Auto. Der Wertverlust ist bei Ford extrem. Ja, aber wo hast du den denn nicht, Garnolas? Also tatsächlich, die Erfahrung, ich hatte bis jetzt immer Neuwagen. Außer der, außer der Erste. Der Erste, der Corsa war kein Neuwagen. Du fährst vom Hof und hast halt schon 20, 30 Prozent Wertverlust. Das ist aber normal. Deswegen ist die Frage, ob man sich wirklich halt einen Neuwagen holen sollte. Oder nicht vielleicht dann doch wirklich einen Jahreswagen. Äh, weil da ist der Wertverlust ja dann quasi schon erstmal weg, der erste Schwung. Ähm, das ist aber überall. Klar, und ich meine gut, dass es vielleicht jetzt nicht so wertstabil ist wie ein Benzer oder so. Oder ein BMW. Das mag vielleicht sein, weil die Nachfrage halt auch noch nicht so groß ist. Wie hat Mercedes und BMW? Weiß ich nicht. Da ist der Wertverlust so gefühlt super gering. Wobei ja auch, sag ich mal, den Golf GTI halt noch relativ gut verkaufen kannst. Nach 10 Jahren mit super viel, ähm, Kilometer. Und trotzdem noch ganz gut Kohle dafür, Chris. Das mag sein, dass da vielleicht der Vorteil nicht ganz so angesehen ist. Ford ist kacke da, sie nur noch den kleineren Motor aufpumpen. Ja, aber Ossi, ich hab's ja gesagt. Ist jetzt ja kein, 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 äh, kein Hexenwerk. Ich hab dir gesagt, 2,3 Liter. Das wäre vom Hubraum mit eines der größten Autos, die ich gefahren habe. Ähm, bei vier Zylindern und 280 PS. Also ist tatsächlich kein Downsizing. Was sie zum Teil halt beim Chirocco-Angebot haben. 1,4 Liter, äh, mit Turbo und Kompressor, äh, hochgezüchtet auf knapp 200 PS. Ja, da würde ich sagen, das ist ein kleiner Motor, den sie einfach halt künstlich hochgesized haben. Aber 2,3 Liter Hubraum bei 280 PS. Klingt jetzt schon mal nicht ganz kacke. Aber Jaguar ist mittlerweile im gleichen Preissegment wie ein größerer Audi. Ja, aber Audi ist quasi das Apple der Autoindustrie, Crystal. Und ich glaube, Audi ist mit Mercedes mit unter der teuerste, was du, glaube ich, so an deutschen Autos kaufen kannst. Also, ja, Audi bezahlt, sie dich dumm und dämlich. Und es ist halt nix inklusive. Du musst alles extra nehmen. Ja, gut, aber dafür kosten die, äh, ich habe gerade gelesen, die deutschen Autos sind, äh, wesentlich preisstabiler. Ja, gut, das mag sein. Aber dafür sind sie auch in der Anschaffung halt eben meistens deutlich teurer. Also, wie gesagt, Beispiel halt Mercedes, BMW, äh, Audi. Selbst der sogenannte Volkswagen ist, ist die gute Frage, welcher normale Völkler, ich sage jetzt mal absichtlich Völkler, kann sich heute noch ein Volkswagen leisten. Weil, klar, sie sind zwar billiger als besagte Mercedes, BMW und Audi, aber sie sind halt immer noch scheiße teuer. Ich gucke dir einfach mal an, was sie halt für einen Touareg haben wollen. Für den SUV-Ding. Da zahlst du dich dumm und dämlich, ey. Irgendwann, wo geht's los? 60.000, wenn du dir den ausstattest, bist du bei 100.000? Für den SUV. Alter Finne, ey. Ja, Seat ist quasi, äh, der portugiesische oder spanische VW-Frupee. Da steckt ja VW-Technik drin. Das ist quasi, ja, genau, äh, ne? Wie VW. Ich kann im Moment gerade nicht viel nebenbei machen. Ihr seht's ja, weil diese Höhle hier des Todes ist. Mazda 3, äh, hatte der Timo gefahren, der Lumbo-Ossi. Also, ja, wie gesagt, äh, Mazda geht ganz gut. Also, tatsächlich, was ich bei Mazda halt sehr, sehr nice finde, wenn du halt quasi dich für eine Line entscheidest, da ist dann auch so gut wie alles drin. Und du musst nichts nochmal aufpreistechnisches nehmen. Das heißt, wenn du halt die Sportsline nimmst, ist da alles drin. Angefangen von Navi, ähm, Rückfahrkameras, Klimaanlagen, Audiosysteme. Dann heißt es halt nicht wie bei vielen anderen, dass du halt in tausend Paketen auch extra investieren musst. Du nimmst halt einfach das Auto, Sportsline, fertig. Das mag ich bei Mazda. Ähm. Ha, AMG, wow. Ha, 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 ja, nun. Jetzt, jetzt wird's, äh, ja, 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 morgen war ich auch klar. Skoda? Ja, Skoda, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Äh, hier der neue SUV von Skoda. Ich hab den Namen vergessen. Wie heißt denn der? Der sieht ganz nett aus. Genau, Sportsline-Pose. Die hatten wir eben auch dementsprechend, äh, in dem Mazda, als, als ich den Namen auch noch hatte. Mazda hat auch die Kooperation mit Bose. Ja, ja, klar. Also, hier hat der, der Mazda hatte halt auch ne Bose-Soundanlage drin. Wir hatten mal ein Passat V6 4x4. Grandioses, klein, spitze Klimatronik. Spaßig im Winter. Laufende Rebatronokosten waren aber auch grandios. Nach fünf Jahren war der Weg. Dauernd war was kaputt. Ja, das war der Grund, warum wir uns damals auch vom Passat getrennt haben, tatsächlich. Äh, es war ein Passat Diesel. Dann war die Dieselpumpe irgendwann kaputt. Dann war der Klimakompressor kaputt. Äh, wie hat, ich bin mit dem Passat, glaub ich, zweimal? Oder sogar dreimal auf der Autobahn liegen geblieben, wo ich Termine hatte. Äh, es war nicht so geil. Und wie gesagt, dann hatten wir halt eben den, ähm, den Chirocco. Und damit hatten wir, das war dann aber kein Diesel. Damit hatten wir dann aber trotzdem wieder Probleme. Und teilweise, wie die Probleme angegangen sind, hat mich halt aufgeregt. Ähm, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ein Auto... Wie komm ich denn da rüber? Achso, da. Ähm, wenn ich eins nicht mag, dann ist es, wenn's beim Auto klappert. Der Chirocco hatte rahmenlose Türen. Also quasi das Fenster war ohne Rahmen. Ich hoffe, ihr wisst so einigermaßen, was ich damit beschreiben will. Das hat aber leider dazu geführt, dass die Fenster in der Tür geklappert haben. Und ohne Scheiß, ich hab den Wagen vier Jahre gefahren und der war bestimmt gefühlt zehnmal in der Werkstatt, um dieses Klappern von den Fenstern ab wegzubekommen. Die haben das nicht hinbekommen und haben mir gesagt... Ist so. Müssen sie mit leben. Und ich hab gesagt... Ich hab hier über 40.000 für ein Auto bezahlt. Damit muss ich nicht leben. Machen sie mal was. Alter! Dann sollen sie halt nicht so eine Kacke verbauen, wenn sie das nicht fehlerfrei hinkriegen. Ei, ei, ei. Ja, wobei, Ben Werder oder die Volvo-Fahrer unter euch, war das jetzt ein Joke, ein Gerücht oder will das Volvo wirklich machen, dass Volvo eine Geschwindigkeitsbegrenzung einbaut für, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 150 kmh? Hab ich das irgendwo richtig mitbekommen? Oder war das mehr oder minder so ein, wir denken drüber nach und machen es nicht, weil es keiner will oder wir machen es jetzt doch und es will trotzdem keiner? Weil ich hab das irgendwo mitbekommen, dass Volvo gesagt hat, wir denken halt über eine Geschwindigkeitsbegrenzung bei unseren Autos nach und natürlich jetzt nicht eine Abriegelung bei 250 kmh oder so, was ja vielleicht noch okay wäre, sondern tatsächlich irgendwo so im Mid-100er-Bereich, damit du halt mit den Autos nicht schneller fahren kannst. Haben die schon gemacht? Echt jetzt? Ohne... Alter, Finne, ey. Naja, okay. Also ich muss sagen, das würde Volvo für mich halt echt uninteressant machen, muss ich sagen, weil wenn halt eben mal freie Fahrt für freie Bürger ist, also auf der Autobahn keine Geschwindigkeitsbegrenzung und der Verkehr es zulässt, dann fahre ich auch sehr gerne sehr schnell. So ist nicht. Und wenn Volvo dann halt sagt, nö, nö, wir haben ja abgeriegelt... Ähm, was ist denn das bitte für ein Mumpels? Ich hab, ähm, ein 212er, 1,4 Liter, der 160er PS-Jero, bei mir klappert seit sieben Jahren nichts an den Türen. Okay. Ähm, musste aber dafür die schlechte Qualität des Motors und Turbos für viereinhalb Tausend beseitigen, bevor ich einen Motorschaden erleide. Ja, das war tatsächlich bei mir, äh, oder gab's tatsächlich damals auch, ähm, was war das mit der Steuerkette, ne? Oder mit dem, irgendwas mit Steuer, äh, Ding war, dass das irgendwie rüberspringt und die Zylinder da durchgegenklappern oder so, das hatten sie bei mir auch geprüft. Aber da war halt zum Glück nix. Ja gut, dann hatte ich halt vielleicht Pech, hab ich aber, aber sie haben das Pech dann aber auch nicht beseitigt. Das war halt eben, äh, ein bisschen traurig. Ja, dann sag ich mal, dass du Glück gehabt, oder ich halt Pech, oder eins von meinen. Steuerkette ist das, wenn die überspringen, kann der Motorplan. Ja, ich, wie gesagt, da gab's, glaub ich, halt Probleme, ja. Äh, ich hab keine Ahnung, wo ich hier lang soll, ich geh jetzt erstmal hier weiter. So langsam wird mein Holz ein bisschen knapp. Ja, oder es war ein Motorsauto, das kann natürlich auch sein, das kann natürlich auch sein. Oder es lag halt daran, dass das Ding halt eben nochmal tiefer und härter war als Standard, ähm, dass es sich dadurch halt losgeklappert hat, oder was weiß ich, äh, I don't know. Ja, der war halt ja eben nochmal, äh, bisschen härter, bisschen tiefer. Dass man sowas dann vielleicht nicht machen sollte bei solchen Autos, aber ich hab den ab Werk halt tatsächlich direkt so getumt gekauft. Aua. Ich weiß nicht, was mich hier gerade anmacht. Irgendwas macht mich an, ich würde gerne raus, bevor ich sterbe. Ah, Piranhas oder so. Und Krokodil. Okay, okay. Und Galen. Mit aber dem 14. ohne Massage, da sag ich dickes Dankeschön. Für den Support hilft natürlich ungemein, Galen. Danke dir, Mann. Und sei gegrüßt. Äh, ich will hier nur noch aus dieser Höhe raus, ohne Witz, Mann. Ob sich mein Traum mal erfüllt, mein Traumauto zu fahren, ich glaube nicht. Was wär's denn, Ossi? Aber bei mir würde ich sagen, ich hätte gern Mustang. Meine Mutter fährt ein Skoda Yeti. Da ist jetzt noch nie was dran. Also auf Skoda lass ich nix kommen. Ähm, ja, prinzipiell jetzt die neuen Skodas gehen. Ich fand die alten so ein bisschen langweilig, muss ich sagen. So von der Optik. So persönlicher Geschmack halt. Den Yeti fand ich halt, weiß ich nicht. Aber ja, wie du schon sagst, da hast du halt wirklich nicht viel Schlechtes von gehört. Alter, ich seh hier gar nix. Ferrari F40, wow. Ja gut, das sind natürlich hochgesteckte Digger. Ja, Vivi genauso. Ferrari, Ferrari. Ja gut, das wird natürlich alles sehr schwer, ohne Lottogewinn zu realisieren sein. Und selbst mit Lottogewinn wird's dann wahrscheinlich schon knapp zu bezahlen sein. Ich glaub, wir haben den Ausgang gefunden. War ja jetzt ja auch nur gefühlt eine halbe Stunde in dieser Höhle. Ja, die Geschichte von Kia, ähm, hatte ich ja schon erzählt, ne? Weil ich lese gerade, dass hier irgendein Designer von BMW bei Hyundai ist. Irgendeiner von VW war ja, glaub ich, bei Kia, ne? Ähm. Als der Kia Sportage, äh, sein, vor ein, zwei Generationen das Facelift halt erhalten hat. Und, ähm, ja, da hab ich mich damals dann auch für den Kia halt interessiert. Aber die Geschichte hatte ich ja schon erzählt. Ich warte noch heute auf den Rückruf, äh, zur Probefahrt. Das heißt, äh, der wollte anscheinend nichts verkaufen in dem Autohaus. Und dementsprechend ist es dann halt nicht der Kia geworden, also der Sportage, sondern halt eben der Mazda. Weil die waren halt eben super freundlich, weil ich halt von dem Kia-Menschen nicht behaupten kann. Aber klar, das ist halt ein lokales Autohausproblem. Ähm, da musst du halt sowieso halt Glück haben, dass es beim Autohändler deines Vertrauens halt passt. Oder dass, äh, ihr halt guten Rad habt und, äh, zueinander findet. Ja, das, was bei Kia zum Beispiel, was mir halt damals nicht so unglaublich gefallen hat, wo ich halt gesagt hätte, ah, ist ein Kompromiss, die gab's halt damals noch nicht gut motorisiert. Also, das heißt, du hast dann halt irgendwie den Sportage gefahren und der hatte irgendwie 140 PS oder so. Ja, okay, für so ein SUV-Ding halt nicht so viel, ne? Keine Ahnung, ob sie jetzt halt eben am Motor-Setup oder Line-Up was geändert haben, dass sie die Dinger auch mit ein bisschen mehr PS halt kriegst. Und Benni sei gegrüßt. Ja, eben, viel zu wenig für so ein großes Auto. Absolut, sehe ich genauso. Aber er gab's halt eben nicht mit mehr und das war halt ein bisschen traurig. Und wie gesagt, der hat sich dann halt eben nicht mehr gemeldet. Ja, gut, dann haben wir, okay, dann, pfft, dann wird's halt ein Mazda. Und Steezy, danke für deinen Follower natürlich. Oh Gott, hier hab ich ihn, glaub ich, noch ein paar übersehen, kann das sein? Ich hoffe, du weißt, dass du gemeint bist. Danke fürs Follower, V8-Motor, du natürlich auch, danke fürs Follower. Xatism, du natürlich auch, Ruinmaster. Und Hairline, dankeschön für eure ganzen Follower. Wir waren ja jetzt gerade so in der Höhle halt vertieft, das hab ich gar nicht mitbekommen. Und, ähm, heißt das Lira Solp? Ich hoffe, ne? Ah, danke auch für deinen Follower natürlich, dankeschön. Wie gesagt, und der Hydro-Hyper kommt in den Club hinein, einfach so. Da sag ich, dickes, dankeschön fürs Drückchen von Knöpfchen. Oh, klingt doof, ne? Aber hilft am meisten. Dankeschön für den Support und sei willkommen, Hydro-Hyper. Viel Spaß mit Emotes der Community, den Gesprächen. Und ich suche hier schon wieder Dinge, wo ich nicht weiß, wo sie sein sollen. Ähm, Moment, wo soll ich denn überhaupt hin? Finde den Venya-Jäger. Halte gedrückt, um den Jäger-Blick zu aktivieren. Ja, toll, wenn ich jetzt wüsste, wo ich hin sollte. Hier hat er auch nicht so eine Sports-Serie wie er. Genau, das heißt, ne, ich glaub nicht, die haben so eine Sports-Line. Leider noch nicht. Leider noch nicht. Ähm. Wohnt ihr alle in den Bergen? Oder wozu braucht ihr viel PS? Ne, wir wohnen im Ruhrgebiet. Da ist halt sehr viel Autobahn voll da, Phil. Und, äh, da kann man, wenn er halt frei ist, tatsächlich auch mal fahren. Was zwar selten ist, aber... Ja, halt so halt. Was war das schnellste Auto, was du gefahren bist? Boah. Ehrlich gesagt, da müsste ich überlegen. Also tatsächlich, mit dem Chirocco, den hab ich halt ausgefahren. Das war irgendwas zwischen 240, 250. Ähm, es müsste aber ein Leihwagen gewesen sein. Aber ich weiß nicht, ob ich die ausgefahren bin. Irgendein Leihwagen BMW. BMW oder so. Oder Mercedes E-Klasse oder sowas. Ich weiß es echt nicht. Also, mein eigenes, der Chirocco. Und dann irgendwelche Leihwagen. Weil ich mir halt häufiger dann auch mal einen Leihwagen halt nehme. Wenn ich halt längere Strecken halt fahre. Weil, ähm, die kannst du halt tatsächlich besser absetzen. Weil, rechne mal für dein eigenes Auto irgendwie die Kosten für eine Fahrt halt raus. Die du da absetzen willst. Ist schwierig. Dann nimmst du dir halt lieber mal einen Leihwagen. Dann kannst du halt die Rechnung komplett halt absetzen. Ähm, und muss es nicht irgendwie rausreichen. Dann gerade mit Tankfüllung. Dann auch einmal wieder am Ende volltanken. Und dann weißt du halt auch, was du vertankt hast. Da ist halt, wenn du ein Auto hast für privat und geschäftlich. Ähm, wird es halt immer sehr schwer zu trennen. Hier muss ich mich gerade hier mal so ein bisschen konzentrieren. Ah, da geht's rein. Wir haben ein Chirocco 254 geschafft. Das war ein Autobahnabschied vorbei. Ja, ja, es war irgendwo, ähm, Ende Kasseler Berge. Bergab, Rückenwind waren es dann irgendwie knapp um die 2,50. Aber wie gesagt, das Schöne muss ich sagen, war, weil er halt nochmal tiefer gelegt war, ähm, halt die Kurvenlage. Gerade in den Kasseler Bergen. Da war damals, als ich noch gefahren bin, war keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Und ich bin meistens halt sonntags nachts gefahren. Und dann konntest du da halt richtig durchfrügeln. Wo viele andere Autos halt abbremsen mussten, weil sie nicht mehr in den Kurven klarkamen. Konntest du halt mit dem Chirocco halt einfach durchziehen. Das war halt richtig nice. Nein, kein, kein R. Also der R wäre vielleicht sogar noch ein Träumchen gewesen. Nein, das war nicht der R. Das wäre schön. Der ist ja nochmal, nochmal schnittiger. Also nochmal auch schnittiger als der Golf, äh, GTI halt, der Golf R. Wobei das ja tatsächlich, äh, Fokus sogar ja auch macht, ne? Also, ähm, ST ist ja quasi das Zwischending vom RS halt. Also die haben ja quasi zwei Sportslines, also genau wie, ähm, äh, VW halt. Kasselerberge sind, glaube ich, für jedes Audioassi. Ne, wie gesagt, mit dem Chirocco ging es echt gut. Das hat echt Bock gemacht. Danach musste ich dann tatsächlich aber auch anhalten, erst mal runterkommen. Weil da saßt du dann wirklich aber auch richtig am Denkrad und musstest dich konzentrieren. Aber habe ich auch nur gemacht, wenn ich alleine gefahren bin. Also wenn ich Leute an Bord hatte, da bin ich halt dann auch gesittet gefahren. Äh, warum ist jetzt mein Tier hier? Äh, es ist ja ziemlich dunkel hier drin. Äh, diese Höhle. Also, ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ja, wo denn? Hier? Komm näher, ne? Töte die Bestien in der Höhle. Aua. Noch eine? Also, ich wollte eigentlich dich nicht heilen. Ich wollte den hier looten. Kommen wir natürlich jetzt alle hier hin. Die ist ja auch gar nicht eng. Ich finde noch nie wieder, der Dude. Ach, mein Eo. Jetzt muss ich eben wieder her. Eo, was geht? Na, danke, Bestie. Äh, Hund! Pinkel doch mal woanders! Ah! Guck mal nicht durch. Ich. 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 Also, mit dem Chorco hast du mir jetzt einen Floh ins Ohr gesetzt. Suche gerade ein Auto und der sieht schon sehr nett aus. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dir den jetzt empfüllen würde, voller Phil. Weil, wird der noch produziert, Chad? Also, ich glaube, es gab mal einen Facelift, dass sie den nochmal gefaceliftet haben. So ein bisschen auf, ähm, eine neue Version. Aber im Kern ist das noch immer derselbe Chorco wie von, äh, anno 2010, 2011. Also, wie gesagt, jetzt hat er zwar schon LED-Scheinwerfer und so, aber ich glaube, da haben die nicht mehr wirklich viel gemacht. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob es den noch gibt oder ob der noch gebaut wird oder ob der eingestellt wurde. Tatsächlich, die Technik da drin müsste aber schon relativ oldie sein. Also, da würde ich dann eher sagen, wenn du so ein bisschen sportlicher sein willst, nimm die Alternativen, die wir ja genannt haben. Egal, ob jetzt Hyundai i30, egal, ob jetzt Ford Focus SD, ob jetzt GTI, äh, oder Renault Megane RS oder was weiß ich, was da alles genannt wurde. Die müssten mittlerweile alle neuer sein als der Chorco. Außer ihr korrigiert mich, weil ich glaube, aber da hat sich halt nichts mehr getan, großartig. Die Knochenöle abgeschlossen. Chirocco 2 oder Golf 2? Würde sowieso Gebrauch kaufen, ne? Neuwagen lohnt sich doch überhaupt nicht. Ähm, ja, aber selbst dann ist es ja relativ alt. Wenn du jetzt halt einen GTI nimmst als Jahreswagen oder zwei, drei Jahreswagen, hast du trotzdem halt eine neuere Technik als beim Chirocco. Aber, ja, mach dich da mal schlau. Ich hatte den halt von 2010 bis 2014. Und wie gesagt, dann gab es, glaube ich, noch ein Facelift, wie gesagt, mit ein bisschen mehr Technik drin. Ähm, also sprich neuere Technik angepasst, weil vorher war halt Standard noch Halogen-Scheinwerfer. Ich hatte damals noch Xenon optional. Und mittlerweile ist es, glaube ich, LED. Also, wie gesagt, da haben sie noch ein bisschen was gemacht, aber ich glaube, der Rest ist halt alles gleich geblieben. Äh, so, wir sind hier fertig. Dann können wir ja rein theoretisch weitergehen. Äh, ja, nun, die nächste Frage ist, wie kommen wir denn jetzt irgendwo hin, wo wir hinwollen? Das heißt, wir müssten da mal hin, um den Wegpunkt frei zu machen. Das wäre gar nicht mal falsch. Die Frage ist, wie kommen wir da jetzt hin? Aber mal gucken, ob ich irgendwo rauskomme. Weil hier drin sehe ich nämlich gerade mal wieder gar nichts. Also, wenig. Wirklich wenig. Äh, pass auf, wir machen alles anders. Ich habe aber jetzt echt keinen Punkt mehr hier, ne? Keinen Reisepunkt. Boah, das wird hier ja ein verdammt langer Weg. Äh, der wird wirklich lang. Komme ich hier echt nicht raus? Äh, Chiraco 3, Anno 2.8, design gleich, äh, nur Facelift ab 2.13, 14 vorher, ab 2.10 Innenraum Facelift mit einem reinen Längenrad. Okay. Also, da hat sich dann echt nicht mehr viel getan. Ja, und gerade bei Autos tut sich halt so schnell halt was. Ich meine, gerade Stichpunkt, ähm, Konnektivität, was halt eben mit, mit, mit Handys und so halt mittlerweile halt machbar ist. Ja, wobei, ich glaube, das werden sie wahrscheinlich dann vielleicht noch angepasst haben, das Audiosystem oder das Navi-System. Und Pasi-Hasi, sei gegrüßt. Reh, warst du schon mal da? Ich seh dich jetzt zum ersten Mal. Na, Bünd? Alter, ich komm hier nicht mehr raus. Ah, ich hab den Ausgang gefunden. Chiraco ist der einzige VW, der das VW-Emblem noch auf der Haube hat? Stimmt, ja, dann haben wir es mittlerweile alle im Kühler, ne? Ich brauch noch ein weißes Jack. Und ein bisschen Holz eigentlich. Ja, keine Ahnung, wie wir jetzt heute so exzessiv auf das Thema Autos gekommen sind, aber schon lustig. Ja, und da sagt man einer, Streams sind nicht interaktiv. Irgendwie auf das Thema gekommen und jetzt super lange drüber geredet. Ja, danke für die Gespräche, Chad. Ja, das macht das Stream halt so geil. Das kannst du halt nicht planen. Das passiert halt einfach. Plötzlich redest du halt mit Auto-Enthusiasten über Autos. Das kannst du nicht planen. Sehr nice. Das macht mir halt am Zügel halt immer Spaß, dass du so von Höchstgen auf Stöckstgen halt kommst. Hatten nicht alle Modelle außer der Käfer das im Grill, das Emblem? Also ich überlege gerade, ob mein Passat... Ich glaube, das ist ein weißes Jack, oder? Also ich glaube, der Passat hat es auch auf dem Kühler gehabt. Äh, auf der Motorhaube. Aber ich bin nicht sicher. Oh, scheiße. Welches war jetzt das weiße? Das ist das weiße. Weil das ist, glaube ich, seltener. Genau. Seltenes Weißjagd. Das brauchen wir nämlich noch. Jetzt ist die Frage... Brauche ich das immer noch? Ah, hier unten. Da war... Äh, das ist das für die doppelte Keule. Ja, die können wir auf jeden Fall mal schon mal machen. Aber ich weiß gar nicht mehr, wofür ich das Jackfleisch, äh, brauchte. Äh, dafür nicht. Dafür auch nicht. Weil für irgendwas brauchte ich das, äh... Ah, ich brauche sogar noch Jackzeug, Dings. Ähm, Leopard. Tapir. Weißwolf. Dachs. Hirsch. Hirsch und Höhen... Dings. Bums. Tierhaut und Südstein. Wofür brauchte ich das denn? Da. Dafür, für die Winterkleidung. Ah, da weiß ich noch ein weißes Fell und ein weißes Jackfell. Das ist für die bessere Winterklamotte. Genau, da brauchen wir dann nämlich höher. Easy. Äh, jetzt weiß ich es wieder. Dann können wir aber schon mal hier die bessere Knüppelkeule machen. So. Also noch einen weißen Jack brauchen wir. In 30 Jahren fahren wir alle mit Elektro. Ja, ehrlich gesagt... Ja und nein. Wenn wir mal jetzt realistisch sind, ein Verbrennungsmotor kann nicht die Zukunft sein. Ne? Machen wir uns mal nichts vor. Aber ob Elektro, so wie es halt im Moment ist, dazu eine Alternative darstellt, das glaube ich auch nicht. Weil die Reichweite und das Aufladen ist im Moment auch mehr kräplich als alles andere. Achso, das ist mein Wolf. Oh fuck. Ich habe gerade meinen Wolf erschossen. Ähm. Das war nicht absichtlich. Oh, Mist. Jetzt ist der weiße Wolf down oder nicht down? Liegt der da noch? Ist der das? Ja, das ist er nicht. Ist das ein seltener Weißer? Ne, der ist nicht weiß. Ja, also von daher, ich glaube, da muss ich halt noch wirklich einiges tun, dass es halt wirklich für uns nutzbar wird, das Elektroauto und nicht mit so vielen Hürden halt gesegnet ist. Weil so ist es halt alles super rückschrittig. Weil du willst ja halt deine Autofahrt, wenn du halt nach München fährst, nicht irgendwie planen, äh, wo halt die Steckdosen zum Übernachten sind. Weil du halt nicht in einen Rutsch durchfahren kannst. Und, äh, Lira, danke für dein Follow. Genauso an Steezy, ihr zwei. Dankeschön, dass ihr den Knopf gedrückt habt. Und willkommen. Ja, auf jeden Fall, da muss ich halt noch was tun. Also, aber da wird die Forschung auch noch weitergehen, Flying Dutchman. Also, da bin ich auf jeden Fall. Machen wir uns nichts vor, wir hatten Verbrennungsmotor, ne, egal in welcher Form, egal ob jetzt bei Flugzeugen, äh, Schiffen oder was weiß ich, das funktioniert halt auf Dauer halt einfach nicht, weil fossile Brennstoffe ist halt kacke. Na, ich hole mir jetzt, glaube ich, erst mal hier den Punkt. Und der Crack-Gnom. Da sage ich auch, Dankeschön für deinen Resub. Ich brauche mal ganz kurz noch ein paar Jaks. Ist ja Jacke wie Hose hier. Und das Ganze im 29. Da sage ich dickes Dankeschön. Gruß aus Gelsenkirchen, nach Gelsenkirchen Crack-Gnom. Ich danke dir, Mann. Au! Das ist ein Kampfjagg. Mal ganz kurz noch mal heilen. Jack, müde. Jack, schlafen. Ähm, wo soll der ganze Strom herkommen? Ja, aus alternativen Stromklamotten, die dementsprechend halt mal ein bisschen mehr genutzt werden müssten, halt Solar, Wasser, Windkraft. Aber da müsste man dann dementsprechend auch wieder ein bisschen mehr fördern. und, äh, nicht halt, äh, sich ja auf Kohle oder was weiß ich für ein Mumpel zu verlassen. So, jetzt muss ich aber ganz fix mal da hier zum Lager. Weil sonst ist gleich Ende und ich erfriere. Ja, Wasserstoff klingt halt so ein bisschen auch gefährlich, ne? Ich mein, klingt zwar alles erstmal toll, aber denk mal, was passiert, wenn du irgendwie einen Unfall hast oder so und der Wasserstofftank dann hinten, äh, beim Aufprall kaputt geht. Ehrlich so geil, glaub ich. Ja, so ein bisschen bedenklich. Und Ginger, sei gegrüßt. Und Hartfisch nur natürlich auch. Grüße. Ich weiß nicht, ob tatsächlich das, da muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich passen. Da müsste ich mir ja dann irgendwann mal nochmal die chemischen Klamotten angucken. Äh, inwieweit tatsächlich Benzin, äh, oder Diesel-Treibstoff, also bei Diesel kann ich sagen, der ist schwerer entzündlich als zum Beispiel Benzin, aber inwieweit Benzin schwerer entzündlich ist als Wasserstoff, äh, das kann ich ja, also, äh, das hätte ich nicht sagen. Klar, aber ansonsten gilt das natürlich auch für Benzin, halt in gewissem Maße ist das Ding halt eher schon, äh, brennbar. So, dann können wir das hier nochmal ändern. Einfach Jackfell. Dann haben wir das auch. Großelchhaut. Aha. Fähigkeiten. Da können wir jetzt nochmal in die Takedowns, haben wir gesagt, wollten wir gehen, ne? Schwerer Takedown, drei Fähigkeiten, da brauche ich noch einen, alles klar. Gut, wir sind hier tatsächlich gut gewärmt, weil wir jetzt einmal hier dran waren. Wir können hier einmal an der Kiste das öffnen. Achso, das war ja Stapel nehmen. Einfach mal alles mitnehmen, was wir hier mitnehmen können. Eine, ein Knopf für Take All, wäre aber geil. Ah, das sage ich immer wieder. Uff. So, können wir craften, kamen wir dazu. Äh, ja, hier unten. Ein Steinsplitter. Achso, ja, den konnten wir die ganze Zeit schon craften, den will ich aber noch nicht craften. Na gut. Dann haben wir der nächste, äh, der nächste Punkt. Ist da eine weitere Höhle, um hier rüber zu kommen um die Mission zu machen? Mammut reiten, die kann ich. Äh, oder das kann ich. Das habe ich geskillt. Ja gut, dann gehen wir doch mal da hin, ne? Okay. Benzin-Luft-Gemisch, Diesel-Luft-Gemisch, weil Wasserstoff ist genug oder zwei Inhalten für alleine, bumm. Ja, also wie gesagt, ich würde halt tendenziell sagen, Wasserstoff ist halt gefährlicher als, äh, Benzin. Und dementsprechend, sowas hinten dran zu haben, ist halt schwierig. Abgesehen leidenhaft gesagt, äh, ne, gibt es eben ja auch Wasserstoffbomben. Von Benzinbomben habe ich noch nicht wirklich viel gehört. Außer, dass sie dann vielleicht Monitor verheißen. Weißt du schon. Einmal nach unten. Ja, was ist denn in so einem Molotow drin? Ist doch Benzin, Alkohol, Wodka oder so. Was ist denn hier? Sogar groß will ich Elche. Alter, wie viel hält so ein Vieh aus? Tausend Pfeile. Na, bei, da war es Benzin und Styropor. Ja, ich glaube, wir haben zu viel Days Gone gespielt, kann das sein? Bin doch nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war die Formel aus Days Gone. Aua. Ja, ich durfte noch nicht mal in Ruhe spannen, Hartfisch. Irgendwas ist ja auch immer. Weiß Wolf und Weiß Jack. Die brauche ich für die Kleidung, dass der Balken da oben mit der Kälte endlich weg ist. Das ist aber kein Weiß Jack, das sind Weiß Mammuts. Lass uns die Envy hören. Ich weiß gar nicht, ob die schon wieder da ist oder ob die noch unterwegs ist oder so. Alter, ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme, wo ich hin soll. Also ich würde tippen, ich bin falsch. Ich glaube, ich müsste oben rum. Gleich wieder da. 10.000 Schritte geknackt. Alter Schwede. Termit. Termit Antrieb. Ja, wie Pella schon sagt, Anti-Materie. Das wäre halt nochmal eine geile Erfindung. einfach mit Warp-Antrieb. Hier ist ein Horn. Wofür ist das denn? Hm, weil hier ist ja so ein Horn auf der Minimap. Kann ich halt gar nicht zuordnen. Aber hier muss irgendwo der Höhleneingang sein. Hm. Also ist die Höhle doch auf der anderen Seite. Och, Menno. Das ist aber doof. Ich weiß. Also müsste die Höhle hier sein. Aber da ist keine Höhle. Ah, hier. Naja, jetzt wird es wieder warm. Ah. Was benutzen die nochmal bei den Unterwasserfackeln? Auch Thermid? Ne, Magnesium, ne? Magnesium brennt, glaube ich, auch unter Wasser. Kann das sein? Dass die ganzen Fackeln, die sie unter Wasser benutzen, aus Magnesium oder mit Magnesium beschichtet sind oder so? Weil ich glaube, das brennt auch unter Wasser. Magnesium fackeln, okay. Dann kommt gut ins Wetter. Also bis vielleicht zum nächsten Mal. Würde mich natürlich freuen. Montags bis Freitags sind wir immer da. Ab 22 Uhr. Ja, das war dumm. Den Fall hätte ich mir vielleicht schmagen können. Angepolivhe ist. Ich glaube, das assignments ich mir nicht. Ich glaube, das war uns angry. Ich bin das не als Kaiser. Aus Sicherstoff. Wo sind die Moped-Männer denn auch da? Einfach mal alle wegpfeilen. Mann! Nein! Ah, hier war die Bestie wiederbeleben. Da oben ist noch einer. Wo? Ach da. Da war der Letzte. Okay. Spannend schon wieder. Ja, ich breche auch nicht ab. Ich breche auch nicht ab, das Spannen. Außenposten erobern. 6 von 15. Wenn ihr Bevölkerung erhöht. Kannst du rein da, so? Nee, 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 nee. Ja, das war auch das, warum zum Beispiel... Welcher Kia war das? Die haben einen sehr sportlichen, der halt echt sportlich aussieht. Ich weiß nicht, ob das der Kia Seed war. Aber ja, da fehlte halt damals die Motorisierung, weil die halt eben nicht diese Performance-Line haben, wie die anderen. Weil ein bisschen schade ist. Äh... Ja, bau mal. Äh... Skillen kann ich jetzt den Takedown. Ja, dann müsste ich jetzt skillen können. Genau. So! Und die nächste Mission, Proceed heißt der. Ja, und mit was gibt's denn mittlerweile für Maschinen? Weil damals gab's den halt auch nur so um die mit 140 PS, was halt, sag ich mal, relativ langweilig war. Das heißt, wir haben jetzt nichts mehr auf dem Weg, außer Ihmchen. Müssen hier komplett einmal durchgehen. Und das Lagerfeuer da machen. Naja, gut, okay. M-m-m-m-m-m-m-m-m-mopped ab. Und der In-ex-Fan, mein 41. Dackchen wollte mal wieder Hallo sagen. Sei gegrüßt, In-ex-Fan. Und Dankeschön natürlich für 41. Und Hallöchen auch an dich gesagt. Und Dikes, Dankeschön natürlich. Schank gedön! Oh, ich hasse diese Höhlen. Ich komme aus diesen Höhlen nicht raus. Bin ich einmal drin, kriege ich ihn nie wieder raus, ey. Mann! Jetzt gibt es ja den Stinger. Ich hoffe, basierend auf den kommen die Kleineren in den Genuss von mehr Leistung. Was ist denn der Stinger? Ja, Sinari, sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. Hier vor unserer Haustür steht einer, der auch gar nicht schlecht aussieht. Boah, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Skia, irgendwas, Quantum oder so? Platinum? Ist auf jeden Fall nicht der Sportage, ist aber auch so ein SUV-Moped. Ein weißer Wolf und ein weißes Jack, richtig? Brauche ich für die Kleidung. Weiß-Wolf und weiß Jack, okay. Es gibt den großen Sorrento und den kleineren meiner Meinung nach sportlich aussehen, den es sportet. Ist aber beides nicht, tatsächlich. Das ist ein anderer Kia, Sinari. Der steht hier bei uns auch in der Straße. Ist so von der Größe oder sieht so ein bisschen ähnlich aus wie der Ford, wie der Kuga, beziehungsweise gab es jetzt noch einen anderen Ford. Nicht der Kuga, sondern der andere Ford, der auch so ein SUV-Moped ist. Sieht nicht schlecht aus. Ich muss mal drauf gucken, wie der heißt. Ich weiß nicht, ob mit Platinum oder... Aber er ist halt nicht der Sportage. Ja, dann muss ich mal noch mal drauf achten, wie der heißt. Stonic? Okay, das habe ich jetzt hinten zumindest nicht gesehen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Also, wenn ich ein Bild sehen würde, könnte ich dir sagen, ob er das ist, aber... Töre. Wie den eigenen Mann erschießen. Habe ich den eigenen Mann erschossen? Ach, Quatsch. Der war doch rot, oder? Ah! What is happening? Au! Oh, weißer Wolf. Oder ist der einfach nur weiß, weil er gerade im Schnee läuft? Bin ich sicher. Stop it! Bist du ein Weißwolf? Hm, anscheinend nicht. Doch, seltenes weißes Wolfsding. Nehmen wir mit. Äh... Und... Wir haben beispielsweise drei rote Autos wollen wir aus. Ja, aber ich meine den schwarzen. Den schwarzen Kia. Der sieht ganz fesch aus. Ich weiß ja nicht, ob der... Wie heißt der? Stonic oder was weiß ich? Müsste ich mal nachschauen. Und da soll ich in die Höhle. Und da soll ich in die Höhle. Das ist doch nicht wahr, was anderes. Ich muss nachgucken. Ich muss gucken. Weil den kann ich halt, wie gesagt, nicht. So, jetzt brauchen wir nur noch ein weißes Jack. Das ist ja Jacke wie Hose. Und da haben wir jetzt die Quest. Dann gehen wir nochmal da hin. Äh, wo ist die denn? Ähm... War der SUV zweifarbig? Ja, irgendwie schwarz... Schwarz... Schwarz-Weiß. Also so, ne? So Applikation. Also, ähm... Sehr stylisch. Aber ist ja halt mittlerweile sowieso lustig, dass halt, äh... die Autofirmen halt so viele SUVs halt rausbringen im Line-Up. Ich meine, guck dir jetzt einfach mal VW an, was die alles haben. Den Tiguan, den, äh... Tuareg, den T-Rock. Dann noch irgendwie den Crossrock oder so. Keine Ahnung. Also die haben auch irgendwie mittlerweile zig verschiedene SUVs. SUV werden beschnitten? Warum? Finden die Frauen halt, äh... mit nicht mehr gut, oder wie? Entschuldigung. Warum beschnittener Artfisch? Haha. Sorry. Äh... Ich muss gleich aufstehen. Ich hab nichts mehr zu trinken. Inwiefern war es schwer? Worauf beziehst du das? Den Zusammenhang? Tu mal so, als ob ich da gar nichts von weiß. Und erklär mal. Aha. Rette ein Mammutschleiger auf die Bastion und zertrampelt die U-Dammjäger. Du benötigst Mammutreiter, um diese Mission freizuschalten. Nein, akzeptiert. Du hast zu viel Energieverbrauch. Da kommt halt ein Aufkleber der Grünen drauf. Ich wünsch dir, den Crossrock würde jemand anderes bauen. Ja, VW, ähm... Ja, keine Ahnung. Sie sollten sich, finde ich, mehr preislich und individuell von Audi halt, äh... trennen oder absetzen, weil im Endeffekt macht das fast keinen Unterschied mehr, ob du VW oder Audi nimmst vom Preis. Wobei Audi halt eben noch teurer ist, aber naja. Leistungsgewicht. Die brauchen den Vergleich der Motorräder mehr wie eine Limo an Kraftstoff. Ja, aber was... Und was wird daran dann beschnitten? Steuerlich, oder was? Was wird hier, Fifi? Finde das Mammut. Ah, ja, da. Mammut reiten! Mammut reiten! Alles erst mal hier wegmachen. Achso, ich schieße. Moment. Ich will ja gar nicht schießen. Ich schieße die ganze Zeit. Ich will halt gar nicht... Was ist denn hier? Bewegen, R2 ist angreifen. Doch, schon. Achso. Achso. Warte mal, da oben. Da oben. Scharfschütze. Aha. Also, hier kannst du ja plattrumpeln. Wo soll ich denn hin? Zerstöre die Knochenbäume der Uldum. Dam, dumm. Dam, dam. Dam, dam. Weinen nicht, wenn das Totem fällt. Dam, dam. Dam, dam. Es gibt ein Mammut, das zu dir hält. Dam, dam. Dam, dam. Achso, da muss ich nochmal Hand anlegen. Wo? Und Panikpille. Im 27. Sehe ich gar nicht. Höre ich gar nicht. Danke dir. Für Riesab. Wo war denn jetzt hier LeMuffet? Hä? Wo ist denn dieses Kacktote? Bin ich dumm? Aua. Ey, ich erkenne nicht, was das Totem sein soll. Weil die Punktmarkierung leider, wenn ich davor bin, weg ist. Das macht es gerade ein bisschen kompliziert. Das da unten erkenne ich. So, jetzt habe ich nur leider nicht mitbekommen, was genau daran beschnitten wird. Weil ich jetzt gerade hier mit diesem Mammut rumrumpel. Sorry. Verdammt. Also entweder schreibt es nochmal in einen Satz rein oder ich muss den Chat nochmal nachlesen. Ob das jetzt eben steuerliche Klamotten sind oder was weiß ich. Und ansonsten wird VW das schon wieder anpassen, weil das irgendwie passt halt, ne? Wisst ihr ja. VW ist ja da kreativ. Die Steuer gehen hoch. Alles klar. Okay. 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 Ich bin jetzt da. Ja, da ist noch so ein Knochenturm. Ah, da ist noch so ein Knochenturm. Ah, da ist noch so ein Knochenturm. er reitet das mammut zu seiner herde also darf sich heute lustig aus dem weg der trophy mitgenommen steigt vom mammut ab also ich verkaufe bald mein auto reitet eine kuh ja theoretisch wäre geil jemand hat ja früher auch funktioniert warum geht das heute nicht mehr das sind fragen über fragen ich auch noch mehr fähigkeiten punkte ja reitet mehr kühe so jetzt brauchen wir als nächstes noch mal schnell reisepunkt da ist nur leider keiner das heißt ich muss mich hier einmal aufwärmen wo war das lager von da um mich einmal warm zu machen kann hier mal ganz kurz noch mal nicht ausruhen in die kiste gucken was war hier noch mal haben ob da noch mal was spannendes dazugekommen ist an fällen ein weißes weiß weiß wolf fäll wert aber da ist keins dabei schade schade aber wir können hier was bauen weiß wolf fäll ja nein das brauchen wir hier unten für da brauchen wir nämlich noch ein jack fäll tschuldigung nicht das wolf sondern das jack brauchen wir die jacke wie hose ich gehe mal ganz kurz cola holen weil diese alle essen kind laufen nicht weg ich bin in einer minute wieder da ich lege euch ganz kurz hier einmal was ins pipi pause overlay bin in einer minute wieder da bis gleich so 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 ich weiß so 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 ein weißes Jack ja, Riesenmammuts ich kenne mich mit chinesischen Sternzeichen null aus oh Gott oh Gott Killerjacks äh, Mammuts er ist Ziege Nein, später töten Wenn wir sie brauchen Im Moment brauche ich die glaube ich noch nicht Würde lieber eher so einen Jack noch nehmen Das könnte das Jack sein Holzweil Holzweil Mehrer Holzweile Ganz viele Holzweile Let's build a Jacke Erhalte vollen Schutz gegen Kälte Bam Nice Dann sind wir jetzt sehr geschützt Easy Das hat Tierhaut Und da wollte ich aber das aufbewahren Für das ne Weil da fehlt uns noch der Staub Nice Also da so ein bisschen lang Ja gut jetzt haben wir ja die Den perfekten Schutz Jetzt können wir uns ja auch Zeit lassen то die an Ah, hört ganz klar aus. Heilen ja ganz gut aus hier, die Moped-Männer. Was halten die hier? Hm, kann ich noch nicht mal schießen. Einmal anmachen. 8 von 18, äh 16. Ich bin Hase. Irgendwas stimmt mit Hase nicht. Irgendwie. Habe ich nur alles hiervon schon. Nur das Holz wird immer weniger. Judy, äh, und der Kalix, der macht schon Schluss. Der hat da genug getanzt. Da sage ich dickes Dankeschön für den Host. Na, wie weit seid ihr gekommen? Den Palkill habe ich ja noch gesehen. Danach habe ich nichts mehr gesehen. Habt ihr noch irgendwelche Bosse gekillt? Und wenn ja, welche? Äh, wir müssen quasi, könnten einmal zurück. Das machen wir, glaube ich, auch einmal. Ah. Wobei, wenn Vivi sagt, Drache, das was Hartfisch geschrieben hat, besitzt das, äh, und nicht, äh, und besitzt nicht das geringste diplomatische Geschick. Boah, ja, nun. Äh, äh, ähm, äh, 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 was? Hallo, na, schön hier auch. Äh. So, da hinten kann ich, äh, und da, achso, gehen wir erstmal nach da. Da kann ich auch noch was machen. Erstmal über die Brücke. Schwupp. Da SFXcamp Da kann ich auchskaan einsetzen. Aha, shin, für die ihnen. Ahą, haa, 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 haa. Ah, ah, haa. Ah, haa. Ah, haa. Oh, haai. Haa, haaaaa. Es ist wichtig für die china. Was ist nicht aufgarst? Schwupp. Es ist nicht. Are wir so blijkt? Tolar wel searching mit ohren oder sicher. Oh. Oh. Jäus, laut raguash, maalia prasteati, usu shilhain salgatakar, hinasta wintra lausha. Stehen vor den Schatten. Armelia, zwei Trice und Hexe, first try. Ja, geht's halt, Mann. Da hast du dich ja wohl auch ein bisschen eingedanced, wa? So, können wir hier die Hütte schon? Oder die Hütte war auf Maximum, ne? Ja, ich glaube, die war schon auf Maximum. Deswegen kann ich hier jetzt nichts mehr verbessern. Aha, noch eine Mission zum Kartenmenü. So, können wir denn hier auf dem Dorf noch was aufbessern? Und wenn ja oder nein, was fehlt uns da? Ja, so, da fehlen uns Dachsfälle. Also wir müssen auf die Dachse achten. Wir brauchen doch noch Mammutse. Okay, Höhlenbärenfälle. Steine, Hirscheräute. Und Streifenwolffälle. Und die haben wir noch gar nicht. Okay, die müssen wir halt erstmal noch finden. Nun, cool. Und Hydro-Hyper. Komm gut ins Bett, schlaf gut. Bis morgen oder die Tage natürlich. So. Da unten. Aha. Ja, würde ich sagen, ist der nächste mehr oder minder im Bunde? Teamchen. Dann müssen wir da jetzt halt einmal so ein bisschen hingucken. Die Frage ist, von wo gehe ich? Würde fast sagen, von hier, ne? Und dann hier so rum, da so rüber, da so hoch. Und da, die Player, jetzt kommen wir auch gut ins Bett, schlaf gut. So. Kurs nach da. Können wir noch einmal gucken, was hier in der Kiste ist. Aber ich glaube, da kam nichts Neues. Nein. Leider nicht. Dann musste ich hier lang gehen, ne? Hier durch. Ja, das geht theoretisch auch. Ja, das sieht gut aus. Gott, ich müsste mir aufschreiben, was ich alles noch brauche. Mammut, Dachs, irgendwelche seltenen Klamotten. Mammut, Dachs, irgendwelche seltenen Klamotten. Dann haben wir auf jeden Fall noch mal einen Bär. Ja. Und Vluglagsäge, grüß. Was, den letzten Satz der Ziege? Was ist das? Alter, was ist hier los? Hier ist Krieg. Scheiße, hier ist schon wieder so gepaart. Leopard-Moppet. Viel zu viel schon wieder. Alter, wie viel hat vier aus, halt? Was sollen wir hier machen? Aha. Ja, Chat ist halt mein Sugar-Chat. So ist das, Bibi. Ohne Chat wäre ich nix. Ich habe mich in die Abhängigkeit von Chat begeben. So sieht es mal aus. Chat, ihr müsst mir helfen. Ich bin die arme Ziege. Lass mich nicht abstürzen. Z goin. Oh, ich sehe hier gar nichts. Cool. So, boah, ich seh hier gar nix. Und Party 6000 sei gegrüßt natürlich. Ja, so langsam geht mir das Holz irgendwie aus. Und Lou haut sich ins Bett. Dann schlaf gut, Lou. Oh, der Säbelzahn-Tiger trägt seine Beute weg. Und ich trag den Säbelzahn-Tiger weg. Wieder immer länger, aber eigentlich gut schlafen. Seit fast neun Wochen. Ja, hier muss ich auch den Moped-Club halt supporten, oder nicht, Lou? Ne, da lang. Was denn da lang? Ach, da lang. Er ist auch nach oben. Kommt schon wieder was ange- dackelt. Ich seh noch nicht mal was. Okay, cool. Die Chinesen sind komisch. Ja, ja, mhm. Und der Kalix im Dreißigsten. Das ist echt... Aua, Entschuldigung. Dickes Dankeschön natürlich. Ähm, sorry fürs Verbumsen. Vor's Mikro. Sorry. Ähm, Dankeschön für 30. Ohne Massage. Jetzt ist er auch schon faul geworden. Ah, ein bisschen getanzt und will nix mehr. Ich seh schon. Danke dir, Mann. Und wo soll das denn sein? Da oben. Wie komme ich denn jetzt da hin? Ähm, vielleicht hier? Das bringt mir jetzt nicht so viel, ne? Also muss ich doch wahrscheinlich außen rum. Die Nachricht kommt erst in ein paar Tagen. Ja, ja, natürlich. Bis dahin wieder vergessen. Ich seh's kommen. Aber wenn das hier der Weg sein soll... Ja, das ist der Weg. Oh. Ah, jetzt hab ich wieder genug Hartholz. Grabstein ist bestellt. Hast dir Graveyard Keeper gegönnt? Ja, ich überlege noch. Ja, ich hab's ja schon auf dem PC gespielt. Aber jetzt auf der Konsolenversion... Ah, nochmal so ein bisschen rumjaggen Graveyard Keepern. Ah, warum auch nicht? Ähm, würde ich tendenziell vielleicht sogar auch. Wie, hast du ja nicht mitbekommen. Ich hab jetzt ein Key für Seiya Billions bekommen. Aber man vermutet, dass jetzt da der Full Release ist. Chat hat das bestätigt. Dementsprechend hat das jetzt ja auch auf der Konsole draußen. Und der Theos. Im 27. Seit wann steht denn da unten im Chat? Äh? Äh, aber 27 Monate ist schon krass. Danke. Ich habe zu danken. Oh, schon länger. Tatsächlich. Also was heißt länger? Ein paar Wochen oder so. Theos, danke für 27. Für den Support. Sei gegrüß, mein Lieber. Und Dankeschön. Wie lange sollte das denn überhaupt noch gehen, äh, Vivi? Äh, nee, ich bin falsch. Viel falsch. Also richtig falsch. Hardcore falsch quasi. Okay. Hm. Äh, ja, dann ist es wahrscheinlich genau wie bei mir bei O2, wo ich gekündigt habe. Dass es halt quasi jetzt noch anteilig für den halben Monat ist. Das ist dann die gesamte Summe. Weil bei O2 war es dann tatsächlich so, dass ich halt eben quasi noch den halben Monat hatte. Ist die gesamte Summe. Ja, das ist merkwürdig. Würde ich dann halt im nächsten Monat nochmal abwarten. Und wenn es dann halt wirklich im August nochmal kommt, dann ist es wirklich merkwürdig. Dann, äh, definitiv beschweren. Ich brauche noch Mammut, habe ich gesagt, ne? Gehen auch kleine Mammuts? Das war ja doch gar nicht so schwer. Wann habe ich jetzt schon wieder gepult? Muffet, Männer. Ja, aber die Baby-Mammuts sind, sind, sind weich. Die fallen schön um. Die sind nicht so hart wie die Zähnleder-Dinger da. Achso, ich kann auch noch was bauen. Achso, das ging ja wieder hier nicht, ne? Dann muss ich wieder einmal zurückfahren gleich. Also bei ihr, ich hatte auch gekündigt, es war Februar. Und ich dachte dann halt tatsächlich, im Januar wäre das letzte Mal. Aber nein, dann haben sie tatsächlich noch den kompletten Februar abgebucht. Und sogar im März noch anteilig. Also das war super strange. Hallo, Kalix. Was? Was sind Dinge? Kalix, was? Nein, das war der Theos. Der haut einfach mal raus. Und zwar fünf Subs in die Community. Und getroffen hat es tatsächlich vier Leute, die schon mal dabei waren. Der Pepperoni ist damit im zweiten. Der Ventus ist im dritten. Der Knobi im vierten. Und Ali. Oder ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Al-Ali-Ja. So, wahrscheinlich. Al-Ja forever. Im dritten. Willkommen zurück an euch vier. Alter, der gute Theos macht's möglich. Und der Lars 500 ist das erste Mal im Club. Genießt den Aufenthalt mit E-Motes und allem anderen. Dickes Dankeschön an Theos für die Geste. Und willkommen an alle anderen. Dankeschön. Es war nicht viel, aber ein wenig. Alter, es ist für eine verdammte Menge Theos. Ja, danke für den Support, Mann. Und, äh, wurde auch schon richtig gesagt. Es war insgesamt schon 29. Also von daher auch schon Monster-Supporter. Danke dir dafür. Ja, hilft in der Gemeinheit. Den Club und mich hier am Leben zu halten. Danke dir. Und ja, die Vertragslaufzeiten, das ist zum Beispiel auch so ein Relikt aus, ich weiß nicht, warum wir das noch nötig haben. Auch da kann ich halt nur nochmal ansprechen, überlegt, ob er nicht zu, ähm, nein, ich werde davon nicht gesponsort, äh, zu O2, also zu, äh, Mobil.com, Freenet geht und da diesen ohne Vertragslaufzeit Vertrag halt nimmt. Tatsächlich, wenn ich jetzt nicht irgendwie einen Business-Vertrag hätte, würde ich das sofort machen. Weil es ist halt ohne Vertragslaufzeit und Unlimited Traffic. Klar, okay, O2-Netz. Mag vielleicht nicht überall das Beste sein. Nein, das müsste man vorher klären, natürlich, ähm, aber davon ab. Ey, jetzt aber zwei Jahre so einen Knebel-Vertrag abschließen und dann kommst du halt wieder irgendwie nicht raus mit allem Muppets, der sich dann verlängert. Alter Finne, ey. So. Bin ich hier richtig? Ja, ich glaube. Äh, aber nicht selber streamen, Kaliks. Also Streams gucken, aber nicht selber streamen. Das ist wohl nicht drin. Also nicht falsch verstehen. Das Stream 1 heißt Stream gucken. Boop, 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 Schweres. Was? Deus! Ah! Moment, ich bin gleich wieder bei dir. Wann passiert hier? Hier war schon wieder der Kaliks in meinem Ohr. Ich schieße gerade daneben. Moment, 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 Moment. Hier passieren gerade zu viele Dinge, die mich verwirren. Gleich! Bin sofort bei dir. Da haut er einfach nochmal raus. Gott, jetzt bin ich gerade überfordert. Hier passieren zu viele Dinge. Ich hänge fest, ich komme nicht weg. Auch immer, wenn ich irgendwo festhängt, sterbe ich. Alter Schwede, der Theos, der haut nochmal raus. Und jetzt muss ich erstmal gucken, an wen und an was. Äh, Sekunde, ich muss mal ganz kurz hochscrollen. Nochmal fünf Stück haut er raus. Jetzt mittlerweile bei 34. Und diesmal hat es nur einen erwischt, der schon mal dabei war. Tomb Raider im vierten. Willkommen zurück. Say my name. Willkommen zum ersten Mal. Super McNasty. Wobei, da hätte ich auch gedacht, willkommen zurück. Aber willkommen zum ersten Mal. Crystallia. Und meine Güte. Ihr vier genannten. Willkommen. Und willkommen zurück an Tomb Raider. Dickes Dankeschön nochmal an Theos, der hier einfach rausknüppelt. Ich sage dickes Dankeschön. Danke dir, Mann. Äh, selbst Stream wurde getestet. Wenn man über die Twitch-App streamt, wird kein Datenvolumen abgezogen, Markus. Deswegen sage ich es ja. Das habe ich nicht mitbekommen, Kalix. Sehr, sehr geile und wichtige Info. Danke dafür. Das ist natürlich mega-Mobs-mäßig Monster-Mösen-Gut. Was? Hat er nicht gesagt? Aber das ist ja wirklich... Äh, was? Ja, habe ich. Ja, habe ich in meinem Vertrag drin. Also, ich habe sowohl, äh, hier Instagram, also Social Flat, Stream Flat, Video Flat, Music Flat, Flat Flat, Flat Flat, alles Flat. Also, von daher, äh, sehr nice. Geile Geschichte. Cool. Äh, finde ich gut. Äh, finde ich gut. Äh, ne, ich muss jetzt nochmal hier wieder um den Berch rum, glaube ich. Oh, einmal nochmal hier, Pfeile bauen, mein Moped-Begleiter rufen, der ist, glaube ich, RIP. Ja. Ja, also, äh, das ist natürlich super nice. Ja, sowas fehlt halt. Ich meine, willkommen in der Zukunft quasi. Da waren jetzt gerade ein bisschen viele. Und hier aus, wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank für den Support, Mann. Ja, danke euch, ist das möglich, was ich hier mache. Ich bin ja die arme Ziege, die von euch abhängig ist. Trifft sie ganz gut. Ah, danke schön. Ah, da ist das Horn. Das soll wahrscheinlich das, äh, Blasehorn sein für Verstärkung. Ja, und immer, wenn ich dann festhänge... Alter Schwede, diese gepanzerten Orschis. Also, Hundi ist schon down und ich sehe ehrlich gesagt noch nicht mal, was gerade auf mich schießt. Das ist halt kacke. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde von allen Seiten angegriffen, aber ich sehe nicht mal die Gegner. Oh, ich hänge hier halt überall fest. Was ist das denn hier für ein scheiß Gebiet? Hier ist doch schon wieder einer an mir dran. Aber wo? Ich kriege die nicht tot. Ja, mach mal lauter. Mach doch mal lauter. Hier ist Luft, Loch, Hände. Mann, ey. Hör auf damit. Was ist denn mit denen? Von Wohlen! Wow, also das ist ja richtig heftig. Ich sehe die Gegner nicht und die swarmen. Ein Festseingebiet. Ja, tatsächlich, weil du halt sehr wenig Platz halt hast. Du kannst halt eben nicht irgendwie irgendwo im Kreis laufen. Ne, das wird wahrscheinlich da nicht drin sein, Kalex. Wenn es über die App halt mit inbegriffen ist, ist es halt über die anderen... Ah, toll. Jetzt sind meine Pfeile weg. Äh, wow, danke. Spiel. Für Progress zurücksetzen von Items, aber nicht vom Spiel. Äh, Moonputs. Ähm. Weil jetzt kann ich mir zum Beispiel keine Pfeile mehr bauen. Das ist eher uncool. Ähm. Das ist aber auch, wenn du quasi, ähm, YouTube nicht über die App guckst, sondern dann über den Browser oder so, dann zählt das Datenvolumen halt auch. Also du musst halt tatsächlich über die davorgegebenen Apps halt gucken. Wobei das Einzige, was man halt dazu sagen kann, auch wenn ich jetzt gerade natürlich meinte, es ist die Zukunft. Äh, es ist aber schon irgendwie, ähm, jetzt fehlt mir das Wort. Chat, sag mal, wie das heißt. Weil halt die Pakete halt gescannt werden. Dementsprechend halt, äh, zum Traffic dazugewertet werden oder nicht. Es ist ja schon halt, ähm, eine Form von Regulierung. Mir fällt jetzt gerade, ähm, das Wort nicht ein. Ah. Das, was halt eben in Amerika halt eben auch so diskutiert wurde mit, mit, äh, es ist nicht Geoblocking. Ich will immer Geoblocking sagen, aber es ist nicht Geoblocking. Wie heißt denn dieses Paket sortieren? Netzneutralität, genau. Das war das Wort, was ich suchte. Das war das Wort, was ich suchte. Oh, die und ihr Gifte, ey. Also die Gift-Ludes sind ein bisschen nervig. Warum hab ich da jetzt keinmal getroffen? Das waren komplette Body-Shots. Und ihr schmeißt einfach weiter. Fehlende Zutaten, na, ist ja lustig. Aua. Aua. Alter, die Mission ist echt nicht leicht, weil das Gebiet so kacke ist. Der rennt halt einfach an mir vorbei. Uuuff. Wie viel sind denn? Ah. Ich hänge schon wieder fest. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich hänge fest. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich hänge hinterher. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ah. Hilfe. What is happening? Wow. Uiuiui. So, jetzt möchte ich aber bitte erstmal mein Material vielleicht wieder haben. Das wäre schon irgendwie cool, dass sie mich halt zurücksetzen ohne Material. Das ist, äh, au. Das tut weh. Scheiße, Mann. Ich meine, die respawnen ja noch nicht mal mein Tier. Wo bin ich jetzt hier eigentlich? Mit nem Nirgendwo. Ja, geil. Da ist natürlich Kacke. Geh ich jetzt richtig? Ah. Ja, Bienen schmeißen könnte ich tatsächlich. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht benutzt. Das ist wohl wahr. Alternativ auf so einen dicken, vielleicht mal so einen komischen, äh, Wahnsinnssplitter machen. Das könnte man tatsächlich mal machen. Ja, dass ich jetzt halt eben null Material habe, ist halt richtig kacke. Wie werfe ich den denn? Mit L1, ne? Äh, ich meine mit R1. Glaub ich. Glaub ich. Was ist das? Weil ich sehe hier die Gegner zum Teil halt null. Und es waren dann plötzlich verdammt viele. So, warum ist der jetzt hier nicht da? Erober dieses schwerbebachte Bollwerk der Ulam-Stelle im Befehlshaber. Achso, ja okay. Also müssen wir das erst erobern. Alles klar. Dramatische Musik Achtung! Ja, er hat es trotzdem halt irgendwie gerufen. Warum, weiß ich nicht. Achso, das war sogar der Verrückte, den ich gerade gemacht habe. Was war das denn? What? Ach, come on. Was war das denn jetzt? Ich drücke den Angriffsknopf, er wechselt von dem Speer auf den Bogen? What the hell? Alter, Finne, ey. Ja, natürlich zieht er das jetzt auch nochmal wieder alles ab, ne? Oh, Mann, ey. Uff. Ja gut, wenn nicht, muss ich halt tatsächlich nochmal erstmal wieder irgendwo Materialien aufstocken, weil ohne irgendwas zu haben ist natürlich ein bisschen Käsequark. Ja gut, wenn ich da bin. Ja gut, ist das! Also das verstehe ich manchmal nicht. Was habe ich denn jetzt geworfen? Ja, ich komme noch nicht weiter. Es ist die Summe aus allem, die ja gerade richtig finster ist. Die schmeißen halt die ganze Zeit mit irgendwas. Es ist super eng. Ihr habt nicht genug Material. Nein! Uff! alter da kommen noch mal 1000 ich komme halt nicht weg hier ist einfach nur diese kacke Brücke die Brücke am Moped man alter Schwede und die schießen halt jenseits von gut und böse wir auch so weit schießen können da sind auch noch welche what the hell das kann ich doch gar nicht alles sehen nö das ist äh tatsächlich äh uff ey boah ey ja erstmal bitte zurückporten ich brauche erstmal Material dass das Spiel halt speichert und mir Material abzieht aber die Gegner leben lässt die ich damit schon getötet habe macht es gerade nicht einfacher ergo brauche ich erstmal jetzt Material sprich wir müssen da nochmal irgendwann hin achso ich kann da gar nichts aufbauen doch ich kann da irgendwo irgendwo eine Hütte aufbauen so einmal bitte erstmal Zeug geben boop na mal gucken was wir wieder bauen können so achso da fehlt Hartholz okay 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 ja mehr Hartholz viel mehr Hartholz tausend Mengen hab noch kein Hartholz lalalalalalalala lalalalalalalala so und dann ja der Gegner die kommen nur leider von überall glücklack das ist halt eher das Problem während du halt ähm da oben dann sehr auf dem Präsentierteller halt stehst und die schießen halt aus allen möglichen Ecken wo du halt als Spieler kaum hinkommst so welche Hütte können wir denn aufwerten da fehlt uns das Dachsfell das brauchen wir Hütten Dance Nahrungsrezepte für volle Gesundheit Nahrungsrezepte Ultimative Booster du findest selten Belohnungslager easy warum rennst du denn direkt durch und an allen vorbei ja damit ich nicht am Eingang vom Dorf stehe wo ich auch nicht mehr weiterkomme die rennen halt alle auf dich zu dann können wir den Takedown machen und Handwerk können wir Tasche ah cool das ist nicey 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 dann können wir jetzt nämlich deutlich nochmal mehr äh craften dementsprechend müssen wir das auch nochmal suchen äh kann ich jetzt noch was im Dorf machen das war das einzige ne da fehlte mir das Dachsfell da fehlte das Höhlenbeerenfell da fehlte mir das äh Streifenwolfenmoppet und da fehlte mir auch noch ne ganze Menge Judy perfekt so dann können wir wieder einmal zurück welchen Weg sind wir denn jetzt quasi gegangen äh von hier unten ne ja es ist super eng morgen das stimmt dementsprechend äh und mit jedem Versuch halt weniger Material was halt eben nochmal kacke ist das heißt jetzt kann ich mich erstmal wieder aufrüsten da haben wir auf jeden Fall schon mal Holz und ich muss da lang ne äh ja warum falle ich eigentlich mittlerweile aus der Kamera raus ich muss mehr nach hier ne so glaube ich weil sonst falle ich irgendwie aus dem Bild irgendwie auf der linken Seite und dann erstmal alles mitnehmen achso ja mein Hundi kann ich natürlich auch mal ganz kurz wiederbeleben ich werde angesch- Vieh bist du doof ich werde hier angeschneidert ich hab gerade einen Schneider erledigt mit der bloßen Hand ich bin ein wahrer Jäger mit der bloßen Hand der Schneider gekillt naja erstmal wieder alles mitnehmen auch ne ganze Menge Holz wobei die Frage ist ob hier das beste Gebiet für Holz ist aber naja egal sooo sooo das sieht gut aus jetzt brauchen wir noch eine ganze Menge weitere Holzi 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 da vorne kann ich noch was mitnehmen was irgendwie getötet wurde was wärst du ein Jäger hättest du den Schneider mit dem Bogen erledigt ja ich hab grad keinen Bogen und der Tennisschläger ist kaputt need noen Tennisschläger spiele niemals mit euren elektrischen Tennisschlägern äh Federball das überleben sie nicht für euch getestet nicht machen ähm ich muss theoretisch nach links wieder rum also darum ja elektrische Tennisschläger nicht für Fehlerball geeignet merkt euch das ich wollte dich nicht füttern man sooo ich muss da weiter so ein bisschen nach oben aber es ist lustig dass mir genau dieses Wolfsrudel halt folgt oder es sich tausende Wolfsrudel gibt keine Ahnung belastend belastend ah hier ist Holz ach quatsch sooo da vorne ist noch ne ganze Menge Holz da 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 so jetzt haben wir das wieder alles auf Maximum nice jetzt brauchen wir noch ein bisschen Holz für Reserve was Jägerversteck unter sicherlich suche die Höhlenmalerei um einen seltenen Rohstoff in der Nähe zu finden äh ja ich weiß wo der Ort ist da sind immer seltene Rohstoffe hab ich schon mal von gehört ähm ja was soll das jetzt heißen untersuche die Höhlenmalerei ähm verstehe ich nicht muss ich ja was reinstecken ne hätte ja sein können keine Ahnung keine Ahnung I don't know mhm Ideen Chat was soll mir das denn sagen zwischen den Brüsten der Frau ist ne Schatz oder wat da ist ne Hand und da ist ein Fußabdruck achso es geht hier lang ja nu nu sind die Schwuren weg merkwürdig aber die Schwuren gehen davon ja weg aber die hören hier auf hä I don't understand die Brüste sind der Schatz ja die kann ich aber nicht looten hm keine Ahnung muss sowieso mehr mich hier wieder links halten und Das war's für heute. Ah, ich denke mal, das ist eine Blume. Meine Nase juckt! Ah! So, wir nähern uns wieder dem Ort der Apokalypse. Hm, da sind wieder Spuren. Ja, Mama! Was? Erschreckt mich doch nicht so! Eine Überstunde heute geht an dich. Uso, da war jung. 15 Euro mit Gebühren, mein Name. Einfach so, aus dem Lörg. Ich sag, schönen guten Abend. Und danke schön für die finanzielle Unterstützung. Die natürlich auch hilft. Ja, bist du erschrocken? Sei gegrüßt. Und danke dir, Mann. Dankeschön. Äh. Da oben. Ich mag's, Gluckluck. Ich mag's. Ist so quasi der erste Punkt, wo es ein bisschen schwieriger wird. Einfach, weil so viele Gegner auf so kleiner Fläche sind. Aber ansonsten cool. Ich mag halt, dass es halt eben nicht mit Schusswaffen ist. Finde ich halt sehr, sehr nice. Oh, ich komm jetzt von der anderen Seite rein. Hm. Ich mag's. Das war's. Da sind wir nämlich gerade gestorben. Und ehrlich gesagt, habe ich keinen blassen Schimmer, wie ich hier die Hörnchen halt, die Bläse tröte, tröten Blaser, Bläser, weißt du schon, Hornblasmann, Blasmann, Frau Blaus, Blaus, äh, hier. Och, come on! Das ist einfach dumm! Wieso zählt der... Angriff nicht! Weil mehr als drücken kann ich halt nicht. Und wenn der Take-Down halt in dem Moment nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer... Fängt das Ding halt schon wieder mit Chaos an. Naja, kann ich knicken. Ich meine, ich kriege die Dicken nicht down und die Hinteren schießen die ganze Zeit auf mich. Funktioniert halt nicht. Und Hügelig, sei gegrüßt. Ja, aber dann guckt ihr mal an, da kommt die ganze Bagage. Ich weiß noch nicht mal, wovon ich gerade Schaden bekomme, ehrlich gesagt. Okay, die Bienen sind auch, ehrlich gesagt, irgendwie useless. Alter, die Mission ist heftig, weil es einfach so fuck viele sind. Habe ich auch schon überlegt, Kafka. Ich denke, weil... An dem Eingang tatsächlich Pfosten sind, dass Mammut da nicht durchkommt. Zumindest hätte ich das jetzt so vermutet. Ähm... Falsche Taste, ich muss einmal mein Pad wieder beleben. Man muss da lang, richtig? Nein, da lang. Weil das hier also super eng alles ist. So, die haben hier mehrere Hörner. Hier ist ein Horn. Was ist denn hier das Horn? Ich erkenne es halt noch nicht mal, ehrlich gesagt. Was ist hier von das Horn? Das da? Und wo tröten die? Ach, da. Da vorne ist noch ein Horn. Da vorne ist noch ein Horn. Ja, so schnell kann ich das Horn nicht zerstören. Keine Ahnung. Es geht nicht. Und Fallen Wings. Danke für dein Follow, natürlich. Höchst du dich? Aua, der hat schon wieder angemückt. Warum hat die Hütte denn jetzt keinen Eingang mehr? Ei, ei, ei. Fast too strong for money. Ja, und er muss ja auch so zu schaffen sein. Warum eigentlich kein Adler? Der macht nichts, der markiert die Leute halt nur. Der macht halt nichts, den habe ich nicht geskillt. Ah, ja. Hier, was, richtig? Äh, ja. Falsche Taste. Ja, das Problem ist ja, die kommen ja auf mich zu. Das ist ja unerheblich. Ich werde ja nicht getötet, weil ich hier die Gegner nicht sehe. Die springen mir ja ins Gesicht. Das ist ja eher das Problem. Ich drücke R3. Es steht Takedown. Aber er macht dann keinen Takedown. Wie soll man sich denn darauf verlassen? Das ist halt bummstumm. Wenn der Takedown, der nicht geht, halt nicht geht. Schon wieder. Ich drücke R3, aber es passiert halt nichts. Und dann bin ich tot. Wow. Wir schaffen das heute noch, Shad. Bin da zu vorsichtlich. Ja, ich weiß es nicht, tatsächlich. Also es hat ja die ganze Zeit funktioniert, Vivi. Nur jetzt halt komischerweise in dem Kampf, wo es essentiell ist, dass halt ein Takedown funktioniert, weil du da halt quasi die Invincible-Animation hast, funktioniert es halt komischerweise halt nicht. Also, oder nur partiell. I don't know why. Okay. Just watch him. Oh. Ja, und jetzt haben sie schon Verstärkung gerufen Und die haben mich eigentlich noch gar nicht gesehen Aber mein Hund ist halt schon wieder aggro Keine Ahnung Also ich hatte ja nirgendwo die Anzeige, dass ich selbst gesehen wurde, oder Chad? Und trotzdem Wurde ich halt gesehen Was? Ja, wenn ich erstmal meinetwegen die Giftfuzzis von den anderen trennen kann Dass ich mich nachher gezielt um die dicken Möpse kümmern kann Das wäre ja völlig okay Das Problem ist halt einfach Ich kann mich halt nicht irgendwie auf eins konzentrieren Weil da ist jetzt nämlich schon wieder so ein dicker Mopsmann, der angerannt kommt Ja, ja, und der gibt's mir Der gibt mir tier in der Arm Ja, ja, und der gibt's mir Das Gift alleine kriegt halt schon extrem Alter, wie viel hält der aus? Ach, jetzt stimmt nochmal Geil Jetzt verliere ich die Mission, weil der NPC-Dude stirbt Also zumindest ist jetzt oben die Leiste weg Wundert mich, dass jetzt noch nichts steht Ich habe verloren Ja, ich kann mich ja noch wieder beleben Ich hab noch keine Ahnung, wo der Dude ist Hm Oder war das eine Bossleiste? Ich hätte eher gedacht, dass das der Typ ist, den ich hier retten soll Aber kann sein, dass das die Bossleiste war Das würde mich dann Ja, dann war es der Boss, den ich gerade umgezeigt habe Das kann auch sein Wie heißt der denn? Äh Ne, Dash Also tatsächlich, der Typ heißt Dash Also das war der Name von dem NPC Ja, ich würde das gerne kaputt machen Aber ich kann es nicht kaputt machen Hm Und du? Ich glaube, jetzt habe ich das Spiel kaputt gemacht Weil, äh Er ist tot Er ist nicht mehr da Öffnen kann ich es nicht Hm Jemand eine Idee? Kaputt Alter Schwede Oh, ja mouth Ja 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 Und du Yuri Malchassar. Da grau hanamwaina. Grau hada. Grau hada. Malchassar, guan. Uddaha, Malchassar. Udaha, guan. Udaha, guan. Udaha, guan. Udaha, guan. Udaha, guan. Udaha, guan. Wutaha, guan. Udaha, guan. Was ist denn Studentenart? Ich geh nur Studentenfutter, also mit Rosinen und Nüsschen. Udaha, guan. Udaha. Achso, du meinst mit Meeresfrüchte-Aroma, Bibi. So Sardinen-Style. Hm. Lecker fischig. Uwinja, daishwa dikrawadandaha. Oh, come on. Neuer Venja speziell ist. Da hat sich dem Dorf angeschlossen. Ja, absolut freiwillig, wie es aussieht. Nee, der war hier oben. Also, ja, schon so ein bisschen Osten, Nordosten. Also, der war jetzt hier oben. Den haben wir da jetzt rausgepopelt. So, können wir noch irgendwas aufwerten? Nein, doch da unten. Du kannst doch keinen Ton, 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 was? Tobsuchtsbomben herstellen. Aha, Tontopf und Blätter. Ja, bau mal. Okay, damit haben wir jetzt Bomben gebombt. Und da fehlt die Hütte. Und die Hütte können wir... Wie viel haben wir hier? Zwei Fähigkeitenpunkte. Boah, wo will ich denn jetzt als nächstes drauf? Das ist mal eine gute Frage. Verringerter Fallschaden. Irgendwo hatten wir noch Leben, ne? Hier oben. Und hier unten war auch noch, glaube ich, Lebensreck oder so. Hm. Dann würde ich sagen, da drauf vielleicht. Taschen und Pflanzen. Hm. Gute Frage, was ich jetzt als nächstes überhaupt haben will. Alles halt noch nicht mehr so geil. Das ist vielleicht ganz geil. Ja, das können wir nehmen. Das können wir vielleicht nehmen. Warten wir noch einen Punkt. Achso, und ich wollte gucken, ob wir das Dorf nochmal aufwähren können. Äh, ne, da fehlt wieder immer noch Holz. Und der hat noch keine Hütte. Ja, gut, die fehlt noch. Da wird noch eine Quest wahrscheinlich dann kommen. So. Was? Komm? Äh, komm. Was? Wir sind doch hier nicht bei Nico. Komm and get it. Weißt du schon? Äh, wo bin ich denn jetzt? Achso, wir haben ja einfach unser Knast-Ding. Na gut, aber hier kann ich ja auch nichts machen, ne? Dementsprechend müssen wir hier oben weitermachen. So, dann. Machen wir das doch mal. Von wo geht's denn am besten los? Wahrscheinlich von hier, ne? Und Freiwilligkeit, man sieht, sie kannten schon vor, Simon, der Epic-Überzeugungsmethoden, damit du doch die richtige Freiwilligeentscheidung, wie immer im Leben. Ich meine, dass wir oftmals eine freie Entscheidung haben, ist ja auch eine Suggestion. Als ob wir uns frei entscheiden können in vielen Dingen. Eher nicht so. So. Boah, dieses Ding nervt. Hm. Und ich finde einfach nicht mehr den Südsteinstaub. Keine Ahnung, wo der sein soll. Das wär mal echt nice. Nice. Hm. Jetzt muss ich hier wieder den Ausgang finden. Das war letztes Mal schon kacke. Ah, gefunden. Und ich brauche wieder Tonnen von Holz. Holzi, holzi, holzi. So, wir müssen mal gucken, welche Richtung wir müssen. Die ist schon prinzipiell nicht falsch. Ja, ja, das hab ich auch schon einfach gesagt. Look, die Option Collect All wäre halt mega sweet gewesen, wenn er da alles aus diesem Kanister da halt rauspopelt. Das ist ein bisschen, ein bisschen nervig. Aber hier ist ja echt nix. Was ist das da eigentlich? Benja Armband. Was steht da? XP? Achso, okay. Sieh dir deine Sammlung an deiner Höhlenwand. Achso, das ist einfach mittlerweile hier einfach nur... Ah, jetzt hab ich mittlerweile die Collectables hier aufgedeckt in dem Gebiet. Interessant. Warum hab ich die aber jetzt nur in dem Gebiet aufgedeckt? Oder hab ich die hier auch? Warum nur in dem Gebiet? Oder hab ich die hier auch? Ach, die hab ich überall. Ach so, Scheiße. Ja, wahrscheinlich musst du alle sammeln für Platin. Ja gut, aber das machen wir mal offstream, wenn ich dann am Platin machen sollte. Weil... Ähm... Ja, nun. Später. Brauchen wir eigentlich noch... Äh... Also in die Richtung. Ja, Holz war auch schon ein bisschen noch im Lager, ja klar. Aber ich kann es natürlich auch hier jetzt mitnehmen. Das wird ja nicht schlecht. Ja, das geht schon. Ne, wir wollen Samstag ins Kino-Glock-Lack. Also noch haben wir den nicht gesehen. Er ist ja auch erst seit Mittwoch, beziehungsweise Sonnastag im Kino. Also eigentlich seit heute. Gestern halt quasi vielleicht Mitternachts-Premiere. Und vor allem Wings. Hatte ich nicht gerade schon willkommen gesagt? Wenn nicht, sage ich nochmal willkommen. Dankeschön für dein Follow. Ja, so ein bisschen auf den Weg jetzt oben stoßen. Ich kenne viele, die gestern waren. Ja gut, ich war halt bis 3 Uhr hier im Stream. Und heute genauso. Ich meine, dann hätte ich ins Kino gehen sollen. Dann hätte ich um 17 Uhr oder so in der Vorstellung gehen müssen. Und 17 Uhr Kino ist aber so ein bisschen... Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Gestern um 20.15 Uhr war halt irgendwie eine Special-Premiere. Weil normalerweise ist doch immer erst Mitternacht. Von Mittwoch auf Donnerstag, oder? Weil Donnerstag die ganz normalen Anlauftage sind. Zumindest war es mal so, als ich noch Kino geguckt habe. Bin ja ja nicht mehr drin in diesem Kino-Game. So, dann müssen wir da irgendwie oben drankommen. Ne, schien normales Preview zu sein. Okay. Merkwürdig. Ja, aber wie Kalix schon sagt, Kino muss halt so ein bisschen abends sein. Sonst ist irgendwie die Atmosphäre so ein bisschen ripped. Oh, scheiße. Ich erwähne nur, ich habe den letzten Avengers morgens um 10 gesehen. Das war ein bisschen schwierig. Jetzt geht das schon wieder los. rewrite Ich. Ja. Ja. Monda. Aber wider ayudar. Ich habe dir die Überholung raus. Ja. Zeige. Halt. Es wurde hier. Wirken. Genau da. 衣 takes сам aufzppest. siento Competition. Alter, das Gift macht so viel Schaden. Was ist der Dude denn? Tschüssi. Ähm. Ich hab gar nichts auf der Galaxy 2 um 10 Uhr morgens gesehen. War geil, nicht? Jaja, ist irgendwie nicht so die unsere Uhrzeit. Ja, ich weiß, was du meinst. Mein Schuli ist übrigens mega geil. Ich liebe ihn. Ja, ich hab schon immer gesagt, ordentlich kacken ist was Anständiges. Was meinst du, warum ich dazu gerne zwei, dreimal am Tag mache? Ist halt einfach chillig. Vivi kommt jetzt auch endlich bei das Game rein. Uff, schwierig. Nun, was? Hi, na? Wo ist denn hier das Loch? Ich find schon wieder das Loch nicht. Ach da. Ich hab das Loch gefunden. Ei, 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 ei. Blackboard, sei gegrüßt. Guten Abend. Ich hoffe, 20.15 Uhr ist es für euch abends. Also, wenn es nach mir gehen würde, ist mir persönlich sogar noch zu früh, Rex Wiesel. Äh, Entschuldigung, äh, Glucklack. Ähm, tatsächlich. Ich würde tendenziell, ähm, lieber 22, 23 Uhr ins Kino gehen. 20.15 Uhr ist mir halt noch zu Tagesschau Mainstream. Ja, mag es halt eher später. Keine Ahnung, ich kann auch sehr schlecht tagsüber Serien oder Filme so hier, äh, auf Netflix oder so gucken. Und das ist für mich halt keine Stimmung. Für mich als halt Netflix oder Serie gucken abends nach dem Stream, das ist cool. Aber wie gesagt, vorher, da ist irgendwie keine Stimmung. Wer ist das denn, John Rambo? Es hat nicht mehr zupper, äh, was hat er. Servietび! Ähm, ich denke piece. Ich komme aus. alles oder am dunkel irgendwie und er habe ich nicht ist den wechsel und sie war sei gegrüßt ich habe schon wieder von irgendwann aggro und ich weiß noch nicht mal von was weil ich gerade vor mir nix sehe also da ist manchmal ein bisschen verwirrend die wollen Alter, ich seh nix. Weil die Sonne so blendet. Alter, ich seh nix. Äh, fand ich aber merkwürdig, muss ich sagen. Ich hab dann eher Hemlock Grove weiter geguckt. Müsste ich mal die anderen Staffeln von Penny Dreadful gucken. Ah. Gegen wen kämpft er denn? Ach, gegen den Typ da oben. Und jetzt macht er einfach wieder den Jolly Rogers und rennt schon mal wieder in die Flucht. Ja, Mushi, Mushi. Heile, heile. Ja, okay. Ich glaube, das Spiel will mir sagen, ich soll hier... Nee, Moment, der hat ja eigentlich gar nicht das Gift abgegeben. Hier könnte ich mal so ein Gift benutzen. Ei, ei, ei. Oh, ich hänge hier fest. Das Schlimmes, ich seh hier halt nicht wirklich viel. Ja, ich muss aber so aggressiv spielen. Ich weiß nicht so, wie ich sonst den Typ schützen soll. Der rennt hier einfach vor. Michi, deine Chemise aus, wow. Ja, sag doch was. Michi, danke schön für den vierten. Danke dir, Mann. Ich weiß nicht, wie man das halt anders spielen soll. Ich komme hier nicht weiter. Ich weiß nicht, wie man das halt anders macht. Na, oben. Uff. Na, ist wieder voll. Ich weiß nicht, wie man das ist. Uff. 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 Bordeaux! Bei den Kruf gibt es mit Winn-Jahs und Mord-Dah. Nein! Winn-Jahs und Mord! Winn-Jahs und Mord-Dah. Winn-Jahs und Mord-Dah. Winn-Jahs und Mord-Dah. unserer Entscheidung, glaube ich, schon gut, oder? Dass wir den nachher hergeholt haben für Gift. Ich war davon Fan. Na, hier oben. Joa, jetzt haben wir die Möglichkeit, da was zu machen. Hier unten vielleicht die nochmal mitzunehmen. Und dann müssten wir noch einmal die da machen. Eventuell sollten wir wirklich die da machen. Wann kriegen wir den nämlich? Ich schwöre, wenn ihr auf der von Stammdienst gefangen wurdet. Schwierigkeiten, Mittelbelohnung, nur viele XP. Ja komm, lass uns das machen. Dann gehen wir erstmal da hin. Dann haben wir den nämlich auch gerettet. Dann haben wir, glaube ich, nämlich alle mittlerweile zusammen. So, aber mal unser Pättchen rufen. Und dann einmal Kurs setzen. Auf da. Also da lang. Was brauche ich denn jetzt noch gezielt an Handwerk? Ähm... Südahorn. Ja, den Südsteinstaub. Keine Ahnung, wo ich den bekomme. Äh... Großelchhaut. Könnte ich noch gebrauchen. Also wenn wir große Elche sehen. Leopardenfell. Weißfischhaut. Also irgendwelche Fische. Weißwölfe brauchen wir noch mal. Dachse. Höhlenbeeren. Alter Schwede, ey. Südahorn brauchen wir noch eine Menge. Naja, okay. Achso, da war, glaube ich, sogar seltenes Südahorn jetzt gerade dabei. Lul. Oh, hier ist dafür sehr viel Holz. Ah, da ist Südahorn. Also das Holz hat tatsächlich, äh, andere Namen. Ja, ist alles Südahorn. Können wir noch was bauen. Ah, ja. Ja, dann. Aber es ist die Einhandkeule, ne? Ich benutze ja im Moment die Zweihandkeule, mehr oder minder. Ich würde gerne eher den Stab hier aufwärten. Und da brauche ich jetzt noch Südsteinstaub. Der müsste ja dann hier in den Gebieten quasi bei den komischen, äh, Steinen sein. Achso, okay. Sagt er was? Hm. Na, gucken wir mal, ob wir hier erstmal noch Steinchen finden. Da vorne sind Steine. Südsteinstaub. Ja, Bombengürtel. Alle Gürtel, klar. Wir brauchen alle Gürtels. Krasche voll. Das ist nicht gut. Ich stehe ja noch nicht mal dran, was das ist. Was ist das denn? Südstein. Südstein. Seltener Südstein. Aber ich brauche ja den Stab. Wo gibt's den denn? Südstein. 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 Das ist es nicht. Was ist denn Südsteinstaub, for fucking sake? Und wie kriege ich den? Hm. Ja, das ist nur Südstein. Südstein. Auch Gürteltiere? Ja, die schneiden wir uns auch an, Gürtel. Und dann packen wir dem Gürteltier in den Mund noch eine Keule. Dann trägt das Gürteltier eine Keule. Das ist voll useful. Useful. Ach Mann, ey. Wo ist denn hier seltener Südstein? Ja, ich will aber... Will aber. Will aber. Und Villa Bajo. Villa Riba und Villa Bajo. Was ist denn hier? Ah, hier. Ah, hier. Er geht weg. Ist meine Entdeckung. Ich hab voll den Südsteinstaub hier gefunden. Warte mal. Ähm. Hier, das da. Äh, ne. Das da nicht. Das da. Ne, das ist Ton. Der Olaf. Nordton. Edward Nordton. War lustig, oder? War schon ein schönes Wortspiel. Also ich muss noch ein bisschen lachen. Schön. Schwierig. Meine Wortwitze sind heute einfach auch wieder on point. Das ist, äh, ist schon erheiternd. Heiter, weiter. So. Was haben wir denn jetzt hier? Immer noch nicht genug. Verdammt. Immer noch ein paar Steinstaubs. Staubs, Staubs, brauchen wir für, ähm, mehr Piu-Piu. Also gucken wir hier nochmal ein bisschen am Fluss entlang. So. Da hinten beim Fluss könnte noch was sein. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt wieder der Edward-Nord-Ton ist. Oder der Südstaub. Stein, Staub, Zeug. Äh, da unten. Au. Reicht dat? Ja, dat reicht. Perfekt. Dann können wir dat schon mal aufwärmen. Bäm. Und damit haben wir die höchste Stufe vom Speer erreicht. Perfekt. Nicey. Dann können wir jetzt tatsächlich dann nochmal wieder noch ein bisschen Südstein stauben. Für die Keule. Ähm. Das wäre dann nämlich auch schon fast auf Maximum. Aber der Kappasplitter, den haben wir noch nicht. Ein tödlicher Wurfsplitter aus scharfen Knochen. Den müssen wir tatsächlich im Club halt kaufen. Der Kappasplitter. Hm. Okay. Was war das jetzt hier unten? Da brauchen wir nochmal Tierhaut und seltener Südstein. Den brauchen wir hier oben auch? Nein, den brauchen wir nicht. Okay, dann können wir den ja hier auch schon mal machen. Kudi. Der Jägergürtel. Da brauchen wir tatsächlich noch ein bisschen Weißwolffälle und Dachsfälle und Häute und Fälle und Gröns. Also nochmal ein bisschen Südstein stauben. Aha. Alter, was ist denn hier mit dem Dude? Der lebt ja hier im Bärenlager. Äh, Spürri, wenn ihr auf... Ja, ja, nochmal. Ähm. Bin verwirrt. Hier passieren Dinge. Alter. Dudes. Ich will hier eine Mission machen. Hören sie doch mal auf. Typisch Warcry. Spür den Gefangenen, wenn ihr aufhört, ihr gedrückt, um den Jägerblick einzusetzen. Äh... Ja, da. Was? Achso, kommt einfach noch so an, dass ein Leopard aus dem Gewicht gesprungen. Geil. 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 Okay. 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 Einfach mal Käpt'n Braunbär... Äh... Wegmachen. Hier bist du. Hier bist du. Hier bist du. War selten und weiß. Was? Das musste ich mitnehmen. Das musste ich mitnehmen. Wie die Schokobons. Die kriegst du halt nicht. Oh. Schon wieder Bär. Der Bär hat keine Beine. Was ist mit Bär? Ein Bär hinten Bär. Haha. Haha. Das ist ja meine Beine. Wir sind aber wirklich on fire. Was ist da los? Oha. Oha. Einmal heilen. Alter Finney. So. Was ist denn jetzt hier eigentlich alles los? Wo ist jetzt der Typen? Irgendwo da hinten. Oh mon ei. Was? Blinzelt dreimal und hofft auf Rettung? Wieso? Ah. Sind die da hoch? Na wahrscheinlich, ne? Ja, aber wo? Oh. Mein Humor trifft es genau. Ja. Achja. Die Wortwitze heute on fire. Alter, wie weit ist der denn hier geschwommen? Boah, elendig langer Nicht-Ladebalken des Todes. Was? Ähm. Wo komme ich denn hier an Land? Warte. 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 Äh, was? Ja, aber wie soll ich denn hier hochkommen? Finde einen Zugang. Aber ich komm doch hier nicht hoch, oder? Ähm. Wo denn? Ach, da. Oh, das hab ich gar nicht gesehen. War das gerade auch schon da? Ja. Oh Gott, das wird hier wieder Mord und Totschlag geben. Mit meinem Humor stirbt Bibi glücklich. Er ist doch Wundermärchen, so soll das sein. So, kann ich die hier aufmachen? Ach so! Ich dachte, das wären die Gefangenen. Okay, es waren nicht die Gefangenen. Hat man nicht so erkannt. Brenn das Lager nieder. Aua. Aua, der hat ein Feuerstab. Harry, Feuerstab! Die Witze bleiben heute gut. Jens, ihr verpasst was. Harry, Feuerstab und die brennende Lund sind aus der Unterwelt. Aua. Aua. Harry ist wieder am rumknispeln. So, Harry, Feuerstab erledigt. So, und jetzt soll ich das Lager hier niederbrennen. Wie mache ich das denn? Na, erstmal glaube ich, nehme ich eine Fackel. Und entzünde die. Und jetzt soll ich das Lager hier. Der präzise Skyrim-Kampf. Haben wir den noch nicht hier angezündet? Ich war erstmal weggehegelnd. Warum auch nicht? Wofür müssen wir denn noch? Töte alle übrigen! Sieht gut aus. Nein, ist nicht gut. Irgendwo muss sich noch einer versteckt haben. Ah, da oben. Verlasse das Lager. Okay. Cool. Au. Leider ist voll. Au. 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 Ich bin von ihm. Wir werden nicht mehr überraschieren. Ich bin von ihm. 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 Was ist ihr? Wie ist das? Das ist ein Wunsch. Dann bist du. Das ist ein Wunsch. Das ist ein Wunsch. Das ist ein Wunsch. Das ist ein Wunsch. Ist das nicht? Toad, range away, Hachdor. Au. Oh, Feuer. Muss man gleich kurz flüchten. Voll, voll heiß. Ich verlasse das Lager. Welche Richtung ist jetzt die beste? Äh, noch da oben. Also müssen wir uns quasi wieder nochmal durch das Lager durchkämpfen. Oder die sind einfach gar nicht mehr da. So, als Alternativplan. Oh, Mann. Oh, Mann. Der ist mir einfach in den Sperr gelaufen. Einfach in den Sperr laufen. Tschüssi. Der Befreier. Ja, ich näher möchte den nächsten Trophy-Level. Viel fehlt nicht mehr, Kalix. Dann habe ich wieder ein Trophy-Level. Und dann habe ich wieder ein Trophy-Level. Das war's für heute. Ich bin der Wettbewerb. Bupailabuha Gwarbidi Machi Bateri Madeta Joa Äh Achso Feuerkreischer Bollwerk Hier unten ist anscheinend was Neues aufgegangen Aha 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 Okay Kühl, kühl Und ein neuer Fertigkeitenpunkt Ich hab überall außer ein Sekiro Ja gut und Demon's Souls hab ich auch nicht Also Demon's Souls und Sekiro Äh das sind die beiden die mir tatsächlich fehlen Judy, äh haben wir hier noch was weiter annehmen können Wenn wir hier noch gerade auf der Karte sind Ja hier ist noch irgendwo eine Quest Die können wir dann eben noch mal einmal aktivieren Äh ich seh nur gerade nicht wo Da Dann haben wir das nämlich auch schon mal gemacht Für nächstes Mal Äh wie komm ich denn da oben hoch Ach da oben hoch ist glaube ich besser Ja Ja Wie macht ja noch auf in Sekiro Bestimmt Ach so Wie ist denn das frei? Ich bin kein Ja Schatz Ich bin ein Schatz Ich bin ein Ich bin ein Oh ne, jetzt haben wir noch so ne komische Vision Mal schauen, ob wir da speichern können Vision des Feuers Kann man hier direkt beenden? Beenden, zurück zum Abmüge Wird ja wahrscheinlich speichern Also zumindest da wir da irgendwo gespeichert haben